Einen schönen guten Abend, Wille Hohen, der Podcast rund ums Fahrrad, das sind wir und wir sind in diesem Fall der liebe Thomas aus München und heute, sag ich mal selber, und der Christian, der nicht wie sonst üblich in Köln rumhängt, sondern heute in der schönen Kramarke sitzt und deswegen bitte ich auch die etwas eigenartige Tonqualität vielleicht zu entschuldigen. Heute ist alles ein bisschen anders wie gewöhnlich und wir gucken mal, wir haben uns vorgenommen, wir zeichnen heute diese Sendung auf, wie gut das dann wird und wie gut die Qualität wird und alles, was dazu gehört, das wissen wir noch nicht, aber ich möchte mich zu Anfang, Entschuldigung Thomas, wenn du gerade noch nicht zu Wort kommst, aber es wird gleich noch lange genug sein, möchte ich mich ganz herzlich bei den, namentlich weiß ich nicht mehr, aber bei den Hörern bedanken, die mir geholfen haben, hier zu gucken, was für eine Internetverbindung jetzt für heute Abend, was da so an Möglichkeiten gibt. Und, Entschuldigung, ja, was wir dann am Ende nehmen und ja, ganz herzlichen Dank, im Prinzip hatte ich diese Arbeit ausgelagert und delegiert und das hat wunderbar geklappt, zumindestens bis gerade hatten wir, wie lange haben wir schon geredet, 20 Minuten, schenke ich? Ja, und das hat mehr oder minder ein bisschen höhere Latenz wie sonst, aber ansonsten einwandfrei geklappt und ihr habt es schon gehört, da ist der Thomas, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir zusammen seit, du bist, nee, du bist Donnerstagabend losgefahren oder Freitagmorgen? Donnerstagabend, ne? Donnerstagvormittag. Ah, vormittag, sorry. Seit Donnerstagvormittag haben wir beide 2600 Kilometer circa Pi-Maldau in unseren Autos verbracht. Eilig scheiße, oder? Ja, und für mich war es das erste Mal seit einem Jahr, glaube ich, dass ich ein Auto gefahren bin. Und, ging noch? Ging noch, ja, aber erstaunlich doch, wie man es eigentlich, ich vermisse es eigentlich nicht hier in der Großstadt, also. Nee, ich habe das auch nie, also ich habe ja das erste Auto mit, ich weiß nicht, wie alt bin ich, mit Anfang 40 so ungefähr gekauft überhaupt, also vorher habe ich nie ein Auto besessen. Entschuldigung, versuchten. Ähm, das habe ich vorher nie vermisst, in keinster Weise, also ab und zu mal für den Urlaub eins gebucht, so wie du es jetzt ja auch gemacht hast, ne, für deinen Urlaub. Aber ansonsten, ich habe da auch keinen Spaß dran, um ehrlich zu sein, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also ich kann auch zum Beispiel, also lange Strecken jetzt, äh, äh, fahren, also mir macht es jetzt keinen großen, ich habe kein großes Problem damit, 500, 600 Kilometer am Stück zu fahren, mit entsprechend mal anhalten. Nö, über Land ist es ja auch, macht es ja dann teilweise auch Spaß, aber so gerade hier in der Großstadt zu fahren, das wäre für mich, glaube ich, ein Albtraum. Aber für mich macht das auch über Land keinen Spaß, also für mich macht Autofahren nie Spaß. Das Einzige, was ich am Autofahren, sagen wir mal, wo ich was Positives abgewinnen kann, ich kann beim Autofahren echt entspannen. Das mag für viele komisch sein, aber da ich ja vorwiegend Autobahnen fahre, ähm, irgendwie, und ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, oder auf, grundsätzlich ist es schon mal aufgefallen, wie entspannt das Ausfahren, äh, das Ausfahren, das Autofahren im Ausland ist, im Vergleich zum deutschen Fahren. Also jetzt hier in Frankreich bin ich teilweise auf dreispurigen Autobahnen, keiner fährt schneller, also jeder fährt 130, irgendwie, ein paar Assis natürlich immer ein bisschen schneller, aber die überholen einen dann, wenn man auf der mittleren Spur ist mit 150, das ist auch noch in Ordnung. Und ich finde das einfach sehr, sehr ruhig, ich werde nie vergessen, in den USA, da bist du ja teilweise irgendwie fünf Stunden Auto gefahren und ausgestiegen und war total entspannt, weil das einfach nicht anstrengend war, im Vergleich zu denen, ja doch, äh, mittlere Spur, fährst du mit 130 in Deutschland, dann wirst du ja schon runtergejagt. Klar, zumal man auch das, äh, Mautsystem mancher Länder kritisieren kann, aber man muss sagen, die Autobahnen sind dort im besseren Zustand als hier. Ja, also das mit dem Maut, ähm, ich weiß es nicht so genau, ob, 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 ob in den Ländern dann das auch noch abgefedert wird über eine Kfz-Steuer oder sowas. Also ich habe hier teilweise schon ein bisschen schlucken müssen, also jetzt, ne, wir sind, äh, einmal quasi durch Frankreich durchgefahren, ähm, ich glaube, so ein Fuffi habe ich da jetzt schon, oder 50, 60, 70 Euro gelassen insgesamt, aber, mei, also, ne, das muss man halt einplanen und das weiß man vorher und da darf man dann auch nicht überrascht tun. Und wenn das dazu führt, dass ich so entspannt fahren kann, wie ich jetzt gefahren bin, mei, dann, äh, dann nehme ich das auch in Kauf, ne, also wenn ich das in Deutschland vielleicht über die Kfz-Steuer zahle, dann irgendwie kommt das Geld für die Straßen ja rein, ob es so kommt oder so kommt. Und so finde ich das wenigstens auch die gerechtere Lösung, weil dann bezahlen die, die kein Auto haben, halt auch nicht für die Autos mit. Das, äh, finde ich schon okay. Ja. Entschuldigung, wenn ich noch so huste, aber ich bin wirklich, ich habe es vorher schon gesagt, also ich bin wirklich, äh, dem Ende näher als hier zuvor. Also Husten schnüpfen, also so, so Sommergrippe, ähm, wird nur von Mückenstichen noch zusammengehalten, im Prinzip und alles, was man sich dafür und dagegen drauf schmiert. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass wir heute, äh, ja, ne, ich drehe jetzt nicht so schnell ab. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Vielleicht erzählst du schon mal, wo wir stehen geblieben waren beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal, ähm, hatten wir die neunte Etappe des Giro d'Italia noch besprochen. Also im Prinzip waren wir da, ähm, nach dem Zeitfahren vor dem Ruhrtag und nach dem Ruhrtag, da standen ja dann nochmal so zwei flache Etappen an. Die erste davon, Etappe 10, Ravenna, Modena, 145 Kilometer. Genau. Und, ja, flach wie ein Pfannkuchen. Ja, und, ähm, da steigen wir jetzt ein. Das war dann vergangenen Dienstag. Also wir haben jetzt quasi eine Woche nachzuerzählen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, dass unser Rhythmus diesmal beim Giro anders sein muss als letztes Jahr. Es liegt an unseren beiden Urlauben. Und ich denke, das könnt ihr uns, äh, nachsehen, sonst gibt's langsam irgendwann Ärger mit den Familien. Ähm, ja, wir hatten für die Etappen Nr. 10 und 11 vorausgesagt, dass es, ähm, flache Etappen sein werden. Und, ähm, ja, so war's dann auch, ne? Also es war, äh... Ja, aber vom Verlauf her waren die wirklich langweilig im Prinzip. Nur dann halt auf dieser Etappe wurde's dann im Finale richtig hektisch. Also, das war der erwartete Sprint. Aber natürlich dann dieser Sturz von Pascal Ackermann, gut 1000 Kilometer, äh, 1000 Meter vorm Ziel an der Flamme Rouge. Da hat er einiges durcheinandergewirbelt. Und am Ende, ja, wieder kein Sieg für Viviani, dafür der Erste für Demar. Äh, der Franzose, ähm, der ist jetzt zum damaligen Zeitpunkt, hatte er denn schon da das grüne Trick? Nach der Etappe hatte er nur noch einen Punkt Rückstand von Pascal Ackermann. Und das war so ein bisschen die Krux der Sache, dass, äh, dieser, ja, diese Führung im Maia Ciclamino so ein bisschen getäuscht hat. Weil, ja, wie man sieht, einmal nicht in die Punkte fahren, ist das Trikot fast weg. Ja, ja, das geht da schneller, als man, äh, als man sich denkt bei diesen Punkten, diese Geschichten. Äh, und Anno Demar war dann zu dem Zeitpunkt ja derjenige, der, ähm, die erste Etappe überhaupt für sich entschieden hat. Und da sieht man dann aber auch... Erster Saisonsieg überhaupt. Bitte? Erster Saisonsieg für ihn auch. Ja, äh, ja, stimmt. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, dass, äh, diese Eichhörnchen-Taktik, ne, mal hier ein paar Punkte da anpackt, äh, beständig irgendwie Platz, ich sag mal Platz 2 bis, bis 10 reinfahren, ähm, dass das halt auch dazu führen kann, dass man auf einmal da oben steht und, äh, das Trikot fahren kann, ne? Also, das ist halt, äh, gerade beim Punktetrikot, äh, für das, genauso wie beim Bergtrikot ja auch dazu, ähm, dass man vorne landen kann. Ja, und der Stoß von Ackermann war natürlich jetzt, äh, ja, so ein kleiner Bumper, ne? Also... Ja, sah schon krass aus, wie der danach gezeichnet war, ähm, komplett die rechte Seite offen und, ähm, ja, wo er sah hinterher nach der Etappe aus, wie eine Mumie im Prinzip, aber ein harter Kerl ist dann weitergefahren, aber dafür auf der Etappe, ja, sein Anfahrer Rüdiger Selig immerhin auf Platz 3 gesprintet. Ja, mehr, glaube ich, es ist jetzt fast eine Woche her, die entscheidenden Informationen gab es. Im Gesamtklassement hatte sich an diesem Tag, äh, natürlich nichts geändert, äh, wie, dafür werde ich, äh, muss man nicht groß unken, äh, wie, glaube ich, auch am kommenden Tag, wenn ich mich recht entsinne, dass ich da nichts getan hatte, ähm, und bevor ich jetzt hier was Falsches sage, ja, genau, zumindest... Nö, Valerio Conti war danach weiterhin in der Malia Rosa nach den beiden Tagen. Genau, genau, vielleicht, äh, dass wir das schon mal auf einen Tag... Ja, und, ähm, kommen wir direkt zur Etappe Nummer 2, ähm, also Etappe Nummer 2, Etappe Nummer 11, die zweite Etappe, die wir heute besprechen, ähm, das war dann auch wieder die von uns angekündigte Sprintankunft, und, ja, wie soll man sagen, ne, also immer mehr stellt sich heraus, dass, äh, dass Team Lotto Sudal mit Kaleb Eugen vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die wir nicht gerne gesehen haben, die wir auch kritisiert haben, oder wo wir gedacht haben, hm, ist das Richtige, aber immer mehr stellt sich heraus, was, so ganz falsch war es nicht, also was eher zweiter Etappensieg beim Giro jetzt, äh, das war schon, ne, zweiter Platz, dritter Platz, also... Vielleicht haben sie da wirklich auf das richtige Pferd gesetzt. Ja, aber es stellt sich immer mehr heraus, dass Kaleb Eugen, ähm, solche leicht ansteigenden Zielgraden extrem gerne mag. Auch da war es ja wieder so, wie schon bei seinem ersten Etappensieg, dass die Zielgrad so leicht bergauf ging, und, boah, da wird auch wirklich nichts zu machen für die anderen. Schade an dem Tag für Pascal Ackermann, dass er an den einen Platz hinter Arno de Mar gelandet ist, und damit die Malia Ciclamino abgeben musste, aber, ja, das war schon bewundernswert, dass der überhaupt mit den Sturzverletzungen so mitsprinten konnte. Wollte ich auch gerade sagen, ne, also, äh, überhaupt sich da nochmal aufzuraffen, und, und, also, mit... Ich glaube, jeder von uns, äh, wäre wahrscheinlich irgendwie, hätte beim Arzt angerufen und gesagt, ob sie ihn abholen können, äh, zum Krankschreiben, und, äh, der setzt sich einfach hin und sagt, naja, gut, ich werde nicht den besten Tag haben, aber ich glaube, irgendwas hat er sinngemäß gesagt, ich hatte nicht den besten Tag, aber ich hatte auch schon schlechtere, ähm, das, das, das... Alleine das, äh, ich glaube, das ist auch etwas, was die, die Fahrradfans, ähm, sehen möchten, und auch zu honorieren wissen, ne, dass sich jemand durchbeißt und nicht, äh... Ein Cipollini hätte wahrscheinlich, äh, direkt am Abend noch vorher ein Foto von sich mit einem Glas Rotwein völlig einbandagiert geschickt und hätte gesagt, das war's dann, ne, und, äh, auch dafür gibt's Fans, aber ich finde, das kann man, kann man gar nicht hoch genug anrechnen, dass er die, äh, die Ehre seines Teams und seine Ehre eine eigene auch, und Ehre ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ja, die Sprinter, das sind, das sind schon harte Hunde, aber nach dem Tag sind dann ja, haben die meisten Sprinter die Heimreise angetreten, also sowohl Caleb Ewan als auch Elia Viviani sind dann ausgestiegen, weil es gibt jetzt im Prinzip, ähm, kommenden Donnerstag noch mal eine Möglichkeit für die Sprinter, aber für die lohnt es sich dann nicht, sich da durchzubeißen. Ja, genau. Ähm, das war dann die Etappe, ordnen wir es zeitlich ein, ähm, Dienstag und Mittwoch kommen wir somit dann zum darauffolgenden Donnerstag. Einer kleiner Einschub von mir an der Stelle. Äh, erinnerst du dich noch, da haben wir nämlich, da musste ich nämlich heute Morgen, äh, sehr laut lachend an dich denken, erinnerst du dich noch, dass wir über dieses Pinarello, nee, war das mit uns oder war das, ich weiß gar nicht mehr, ob das hier war oder im Snack, das in, äh, das auf, in, in Flammen aufgegangene Pinarello E-Bike? Ja. Ich habe heute Morgen hier einen Rentner auf einem Pinarello E-Bike gesehen. Großes Gelächter im Auto, sag ich nur mal, aber das, also in Natur, es sah jetzt nicht so schlimm aus, also der Hobel, ne? Ähm. Ja, also dazu, zum Thema E-Bike kann ich später auch noch eine ganz spannende Geschichte erzählen. Und da kann ich noch auch was zu ergänzen, was dir noch gar nicht bewusst ist. Ähm, ja, kommen wir zur Etappe von Donnerstag. 158 Kilometer Cuneo nach Pinarello, 70 Jahre nach dem großen Solo von Fausto Coppi, war das eine Hommage an, an diesen Solo-Ritt von Coppi, aber natürlich nicht mit den, mit der gleichen Schwierigkeit. Ob schon, ist in der Mitte drin, ähm, diesen Berg Montoso gab, neun Kilometer mit 9,3 Prozent Durchschnittssteigung und ordentlich die Post ab. Also da haben sich schon auch die Gesamtklasse-Monst-Leute gegenseitig, ja, richtig die Kante gegeben und Miguel Angelupes als auch Mikellanda konnten sich da absetzen und dann über Relais-Stationen am Ende auch so ein bisschen Zeit auf die anderen gut machen. Man sieht auch daran, dass das für die Italiener vielleicht ein besonderer Tag war, äh, von den Top 5, äh, vier Italiener mit dabei. Äh, Top 7. Ja, es war ja eine Gruppe vorne, äh, eine große Ausreißergruppe, lange Zeit und, ähm, ja, im Finale drin, da gab's dann ja nochmal diese kurze Welle, ich glaube 300, 400 Meter mit gut 10 Prozent irgendwie und, ähm, da hatten sich dann Brambia und Capecchi abgesetzt, aber die haben sich zu lange belauert, zu lange zugewartet und hinten kam dann Cesare Benetim und hat ihn im Schiff. So, der Empfang ist jetzt gerade schlecht, ich weiß nicht, ich, äh, moderier da jetzt einfach mal drüber. Ich hoffe, dass, äh, der Thomas mich noch hört. Ähm, ich hab hinterher, hallo? Ja. Ja, okay. Äh, ich hab hinterher von, äh, ich weiß nicht mehr wem, Tweet gelesen, so nach dem Motto, äh, er hat eigentlich auch der Richtige gewonnen, also er hatte wohl die meiste Zeit, äh, Führungsarbeit geleistet, ähm, also so nach dem Motto, das ist, das ist ein Sieger, mit dem man an dem Tag auch leben konnte. Äh, und für das Team Buche Hans-Groh, natürlich vor allen Dingen, ähm, jetzt nach dem Ackermann, äh, Verlust würde ich nicht sagen, ne, aber nach dem, nach der schon guten Woche von Ackermann und, äh, dem, auch der guten Berichterstattung diesbezüglich dann natürlich, ne, äh, jetzt nochmal schön, dass da auch ein zweiter Fahrer auf sich aufmerksam machen kann. Ja, und Benedetti, das ist ja, also ein Helfer, eigentlich einer, der nicht viel gewinnt, also ich gehe jetzt mal seine Ergebnisse durch, er hat, ja, beim Tireno Adriatico mal die Bergwertung gewonnen, ein Mannschaftszeitfahren und noch ein Mannschaftszeitfahren bei der Setimana Internationale Kopie Ebatali, und das war jetzt im Prinzip sein erster Solosieg. Ja. Ja, und ich glaube. Und ist auch schon 31, ja. Ja, ja, und ich glaube, das ist dann auch sowas, äh, wo sich alle dem Team mitfreuen können, ne, also, keine Ahnung, wenn du jetzt den Pulitzer-Preis gewinnen würdest, dann würden wir alle bei Wilhelm uns für dich mitfreuen. Sehen wir das mal so. Ja, aber auch sehr schön, dass das, äh, Ausreißer jetzt oft durchkommen, also, das ist ein guter Mix, Sprintetappen, Ausreißer-Etappen und wo auch die Gesamtklasse-Mausleute sich zeigen. Ja, der Giro ist halt im Moment, finde ich, äh, abgesehen von den letzten zwei Tagen, wo, wo, wo du mich ja schon heiß drauf gemacht hast, ist alles zu hören, ähm, grundsätzlich so eine, so ein, ich will nicht sagen Wundertüte, aber so eine sehr facettenreiche oder eine der facettenreichen, facettenreicheren Rundfahrten, äh, im Vergleich zu den anderen Rundfahrten der letzten Jahre, ne, also. Ja, also, das erinnert mich so ein bisschen an die Rundfahrten, bevor so Teams wie damals, äh, großes US-amerikanisches Team oder Team Sky auch kamen, die, die einfach alles, ja, im Keim, jegliche Rennversuche im Keim erstickt haben und bei diesem Giro ist es halt so, auch bedingt dadurch, dass du keine überlegene Mannschaft hast, dass auch wirklich, ja, so dieses taktische Gespür sehr viel zählt und, ähm, es sehr, ja, offen zugeht. Mhm. Ähm, aber es gab ja vorher auch schon sehr dominierende Teams. Ja, also, Eddy merkt es. Ja, schon klar, aber generell muss man ja auch sagen, beim Giro wird eher auf Sieg gefahren, als auf die Verteidigung des siebten Platzes, wie wir es im letzten Podcast schon mal gesagt haben. Ja, 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 das war auch ein Gedanke, da habe ich noch lange drüber nachgedacht, also, ähm, wie, wie, wie sehr das stimmt. Also, ähm, wie, wie viel da, äh, dran ist an der Aussage, weil, ne, über den Dritten beim Giro spricht man nicht, aber über den Dritten bei der Tour schon noch, deswegen kann man diesen Zettel, äh, diesen Platz dann durchaus verteidigen, äh, vollkommen richtig. Äh, und es gab ja auch gestern eine schöne Geschichte, da haben dann, ähm, sich beim Podium oder hinterm Podium irgendwie, äh, Nibali und Contador getroffen, und, äh, da haben beide so auch für sich gesagt, oder die haben es dann hinterher nochmal in einem Statement gesagt, also, für sie zählt eigentlich nur, zählt ja immer nur der Sieg, und, äh, der dritte oder vierte Platz ist ihnen, ja, zählt für sie nicht beim Giro, weil, äh, das, daran erinnert sich hinterher keiner. Ja, 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 Conta, Conta wer? Ich kenne ihn, kenne ihn, glaube ich, nicht. Ich muss meine Vorurteile pflegen. Das ist doch der, der ja nicht wusste, wer Ackermann ist, oder? Ist das richtig? Ja. Ähm, Donnerstag, genau, das war dann die Etappe mit César Benedetti vor Damiano Caruso, also Benedetti, der am anderen, äh, der alle anderen genarrt hatte, sozusagen. Äh, in der Gesamtwertung führte das natürlich dann insgesamt dazu, dass es einen, äh, neuen Leader gab, der nämlich sich unter die Top Ten des Tages geschlichen hatte, Jan Pollansch vom Team, äh, Emirates. Ja, also das Trikot ist da im Team geblieben, weil Jan Pollans, der hatte sich in dieser Ausreisergruppe eingeschleust, und, ähm, dadurch mussten die Vereinigten Arabischen Emirate hinten auch nicht arbeiten, waren aus der Verantwortung raus und hatten die ganze Sache elegant gelöst. Äh, kurzen Einschub, äh, steht gar nicht im Ablaufplan, fällt mir aber jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Was ist denn, äh, hat sich denn in den letzten zwei Tagen, es gab doch diese Gerüchte, um hier Team Emirates, äh, bezüglich eines Dopingrings und so weiter, äh, ein sportlicher Leiter, was ja auch, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag hochgekommen war, ähm, und dass das auch so ein bisschen als Antwort darauf gesehen wurde, ne, da, äh, jetzt die beste Antwort, die man geben kann, jetzt aus großer Trikot von einem auf den anderen zu übergeben. Hast du da nochmal was verfolgt oder noch was mitbekommen? Ähm, du meinst das Team Bahrain Merida? Äh, sorry, ja, verwechselt. Aber da war doch auch was, äh, wann haben die denn, äh, war das am Freitag, Donnerstag oder Freitag? Ne, da ist im Prinzip dieser slowenische Teamchef, ähm, der wohl, also, ich bin ja jetzt auch nicht so tief drin, aber der wohl als, ähm, größer Entdecker dieser ganzen slowenischen Talente und Förderer gilt und jetzt Teamchef auch bei Bahrain Merida ist, ins Visier dieser Ermittlungen geraten und, ähm, was Neues davon habe ich jetzt aber nicht mitbekommen. Ne, ne, weil das war, das ist so ganz kurz hochgekocht, aber, äh, so schnell wie es oben war, war es dann auch wieder weg, also, ähm, sorry, dass ich dem falschen, falschen Team da was angelegt habe, aber ich weiß noch, als ich das gelesen habe, hatte ich auch die ganze Zeit das Trikot von den Emiraten im Kopf, also, war es sozusagen in meinem Kopf die ganze Zeit falsch, äh, verbucht. Ähm. Ja, gut, also, bei denen kann man sich dann auch fragen, also, da gibt es auch dubiose Gestalten im Hintergrund, die schon als Teamchef bei Sonja Rival gearbeitet haben. Ja, ja, also, das wäre jetzt auch nicht, also, es hätte jetzt wahrscheinlich niemand mit dem Kopfgestellung gedacht, das hätte ich ja nie gedacht, äh, da wollen wir auch mal ehrlich bleiben. Ähm, Donnerstag, das war der Aufgalopp sozusagen, damit es dann am Freitag noch ein bisschen mehr zur Sache gehen konnte und das war die Etappe Nummero, Nummero, warte, äh, 13, nee, äh, was war noch bei Tappe, äh, Etappe 12? Da hast du noch hier einen Kommentar mit reingegeben, also, Flaschen, Mundraub, Stichwort Mundraub. Ja, also, da gab's im Ziel einen recht aufdringlichen Fan, sag ich mal so, der, äh, Marco Haller da belästigt hat, der hat nämlich versucht, dem sozusagen, wollte den Bidon unbedingt von dem haben und, ähm, hat dem den quasi aus dem Mund gerissen und das fand der Marco Haller gar nicht so toll. Äh, ich gucke mir das Video jetzt nicht an, weil meine, weil meine Internet, äh, wie soll man sagen, Internet, ähm, Qualität ja nicht überfragt ist. Ja, das hätte jetzt auch nicht, also, ich gucke mir immer, ich, ich skippe jetzt so durch, hätte man sich auch nicht gewundert, wenn er einen getachelt bekommen hätte, oder? Ja, also, ich glaube, der hat den dann irgendwie angebrüllt und das F-Wort zu ihm gesagt, aber, äh, da hätte sich der Fan wahrlich nicht drüber beschweren dürfen, weil... Vor allen Dingen, wer, wer, wer seine Mütze so scheiße trägt, der darf sich grundsätzlich nicht beschweren, weil er, also, kein Aufruf zu Gewalt und Äußerlichkeiten sind uns auch egal, aber, äh, wer seine Mütze so trägt, der kann das auch passieren, ähm, dass man sozusagen, ja, äh, lustig, dabei, dabei echt, also, so ein Bidon von, also, ich meine, ich weiß nicht, aber so ein großer Fan von dem Fahrer ist, das mag ja sein, ne, dann wäre das ja auch, ähm, etwas Nettes, aber ansonsten, ich finde das ja immer schön, ich finde das immer schön, wenn so am, am Berg oder in irgendwelchen Situationen irgendwelchen, die Fahrer so bewusst kleinen, kleinen Jungs oder kleinen Mädchen, äh, das geben. Genau, so eine Szene habe ich auch am Sonntag jetzt, äh, beziehungsweise am Samstag jetzt am, am Streckenrand mitbekommen, dass ein Fahrer von Dreck, Segafredo, der relativ weit hinten im, nein, nicht im Gruppetto, sondern in einer der hinteren Gruppen war, ist am Straßenrand reingefahren und hat so einem kleinen Kind dann seine Flasche gegeben und das hat sich natürlich gefreut. Ja, ja, klar, also, ne, das ist, weißt du, sowas ist, so blöd es klingt, ne, ähm, das ist Publikums, äh, Öffentlichkeitsarbeit, die kein Pressesprecher machen kann, äh, die, die, so gewinnt man halt Herzen, ne, und, und so begeistert man die kleinen Jungs für den Radsport, also, fantastisch, sowas, äh, da kriege ich Gänsehaut und hab, äh, das Wasser in den Augen stehen. Aber, glaube ich, auch noch dann, insofern Glück für Marco Haller, dass er da die Beherrschung gewahrt hat, weil, ja, es gab, glaube ich, auch schon Fälle, wo dann, äh, ein Fahrer, nachdem man Fällen angegriffen hat, äh, auch ausgeschlossen wurde von der Rundfahrt. Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer, äh, immer, immer mal die Nase putzen und so. Äh, ja, das gehört sich halt auch nicht, ne, dafür musst du auch Profi genug sein, in so einer Situation einfach so Flasche weg. Also, entweder du bist aus irgendeinem Grund so angepisst gerade, ne, dann, dann gehen halt die Emotionen mit dir durch, ne, das ist auch okay, aber sonst musst du halt Profi sein, ne, und zu Profi im Sport gehört auch Profi-Öffentlichkeitsverhalten irgendwie dazu, ne. Ja, aber übrigens, äh, schöne Grüße noch an Marco Haller, den ich dann, äh, am Samstag auf der Etappe über den Call de San Carlo auch, äh, in meiner Instagram-Story verlinkt hatte und mich dann auch noch bedankt hat. Ah, ey, was du noch, was du hier noch für Fame-Einheims bei den Leuten. Ja, das, das war recht lustig, weil, ähm, äh, der war halt in einer der hinteren Gruppen, weil er ist ja eher Sprinter-Typ und, ähm, vor ihm kam irgendwie drei Minuten keiner und hinter ihm kamen dann auch irgendwie vier, fünf Minuten keiner und dann schrieb er so, denn dazu kommentierte mein Video dann so mit Lone Ranger. Geil wäre gewesen, wenn die mir irgendwie eine Flasche gegeben und so aufgedrängt hätte es. Hier so, nimm die doch, nimm die doch, nimm die doch. Ähm, da hab ich dann ja, äh, ein bisschen Selbstreferenz, also auch wenn es Selbstbeweichereicherung ist. Mir ist das mal passiert, dass ich, ähm, völlig, äh, völlig unüberraschend bei einem, ähm, Marathon nicht direkt an der Spitze mitgelaufen bin. Also so einem Lauf-Marathon, ne, völlig, völlig Irrsinn, so einen Schwachsinn zu machen. Ähm, und irgendwann, äh, du kennst dich in Düsseldorf überhaupt nicht aus, ne? Äh, äh, ähm, irgendwann, äh, geführten Teile dieses Strecken, dieses Marathons auch durch so Gebiete von Düsseldorf, die jetzt gut erschlossen sind, aber wo es halt auch nicht, also wo nicht am Straßenrand, weißt du, in Frankfurt oder Köln beim Marathon sind halt in Straßenrennern fast immer Leute. Das führte dann durch so eine Gegend, wo nicht andauernd jemand am Straßenrand war und mir geht es, äh, wie Marco Haller ungefähr, dass drei Minuten vor mir und drei Minuten hinter mir keiner gelaufen ist. Wie gesagt, ich befand mich nicht unbedingt im Spitzenfeld. Und da spielte so eine Band an der Seite und ich spielte dann auch von Police So Lonely. Das hat mich auch ein bisschen, also mir fehlte die Kraft, um sie zu beschimpfen, aber das hat mich auch ein bisschen getroffen. Und, aber auch motiviert, dass ich da nie aufgehört habe. Ähm, also, Marco Haller, damit auch, äh, ach, mein Freund. Aber das ist ja schön, äh, Freunde für, äh, seid ja jetzt Freunde, das ist doch fein. Äh, Marco Haller und du. Wer war das beim letzten Mal noch? Äh, Frank, nee, welchem Rennen war das? Fausto Masnada. Ah ja, genau. So langsam aber sicher, äh, erarbeitest du dir einen Namen im Peloton. Ähm, kommen wir aber dann aber direkt zur ersten Etappe, wo du vor Ort warst. Sollen wir, ich würde den Vorschlag so machen, dass wir erstmal die ganzen Etappen so weiter besprechen, wie bisher und dass wir dann vielleicht über deinen Trip im Nachgang, nach Etappe 15 sprechen, oder hältst du es anders, weil sinnvoller? Ähm, nö, also, das ist schon eine gute Idee. Ja, also ich weiß ja nicht, ne, vielleicht, äh, hast du ja auch ins Geschehen eingegriffen, ohne dass ich das bisher weiß und es wäre deswegen sinnvoller, das zu besprechen, was ich nicht hoffe. Ähm, aber, who knows. Äh, Etappe Nummero 13 ist es dann. Ähm, die Etappe, die führte, äh, von, äh, Pinerolo nach Ceresole Real, hoch zum Lagos... Ceresole Real zum Lagos Seru, unterhalb des, äh, Colle del Nivole, das ist wahrscheinlich den meisten Radsportfans ein Begriff. Wenn ich es schon mal gehört habe, kennen es die meisten. Genau so ist es. Und es war eine Etappe, ja, ich will, ich glaube, ich untertreibe nicht, wie gemacht dafür, um an dem Tag, äh, zumindestens ein bisschen Alarm zu machen. Ja, die erste Bergankunft und vorher wusste man ja nicht genau, wie sind jetzt die Kräfteverhältnisse beim diesjährigen Giro unter den Favoriten, ähm, verteilt und es waren halt auch schon viele im Hintertreffen und mussten Zeit gut machen und ja, zwei, die ihr Herz in die Hand genommen haben an dem Tag, das waren Bauke Mollema und Ilnur Zakarin, die sich in eine Spitzengruppe eingeschleust hatten, zwischendurch einen recht großen Vorsprung, von dem sie dann noch im, im Schlussaufstieg auch gezerrt haben und dann, ja, das Rennen ganz vorne beendeten. Ja, ähm, eigentlich, also, also ein Berg, ein Monster von einem, ein Monster vom Berg würde ich jetzt nicht sagen. Ja doch, eigentlich schon, ne, 40 Kilometer fast nonstop bergauf. Ähm, also klassiert waren da ja die letzten 20 Kilometer, aber das ging halt auch schon vorher immer so ein Tal leicht bergauf und zwischendrin gab es dann in dem Berg ja auch noch so eine leichte, ja, wie soll man so sagen, äh, so eine Scheibebene, wo es so leicht bergab fast ging und dann zum Schluss oben um die letzten paar Kilometer waren dann nochmal richtig schwierig. Also die Länge hat es da gemacht. Ja, ähm, Zakarin, Mollema, also hatten wir Mollema nicht die Tage auch schon mal angesprochen? Hat er denn nicht schon mal gesagt? Ja, nach dem starken Zeitfahren haben wir uns gefragt, ob er es jetzt mal schafft, das auch dann über drei Wochen durchzubringen und, ja, sehr mutige Taktik dann auch wieder von Trax Segafredo, die sowohl Ciccone in der Spitzengruppe hatten als auch Mollema, ist ganz gut aufgegangen, nur, ja, Mollema hatte am Ende dann auch nicht mehr die Stärke, um dann mit Zakarin vorne noch mitzufahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also, äh, im Ziel die 1,45, die er, ähm, verloren hat, äh, da haben andere mehr verloren, um es mal so rum zu sagen, ne, und außerdem muss man ja auch sagen, wie wir beim letzten Mal gesagt haben, es ist jetzt kein Fahrer, von dem man unbedingt erwartet, dass der so eine Etappe abschießt oder dass der, dass der so in der Rundfahrt jetzt sich noch im Kreis der letzten vier, fünf, sechs Favoriten befindet, ne, aufgrund von der Historie, äh, der letzten Jahre, ne, also hätte man das vor zehn Jahren oder, ja, vor zehn Jahren, ich guck mal, beim guten Bauke, jetzt bin ich hier bei Carapaz gelandet, äh, vor zehn Jahren hätte man das vielleicht noch eher gesagt, ne, dass man, dass er ihm die Zukunft bevorsteht, dass er vielleicht mal in der Rundfahrt zu vorne steht, aber aufgrund der Leistung der letzten Jahre wäre man jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen. Nö, also wie wir es beim letzten Mal schon gesagt hatten, er hatte vor allem 2013 recht gutes Jahr und seither, ja, kam da nie so richtig wieder was, aber in diesem Jahr scheint es beim Giro sehr gut zu laufen und, ja, wie wir es schon gesagt haben, vorhin ist es ein sehr taktisches Rennen und, aber auch die Etappe war halt extrem, wurde auch extrem hart ausgefahren, das sieht man daran, dass im Prinzip entweder alle in so kleinen Grüppchen ankamen oder halt auch einzeln, also, und es war dann auch bunt durchmischt am Ende, also erster dann Zakarin, 35 Sekunden vor Nieve, der noch mit in der Spitzengruppe war, aber dann kam halt schon Landa und kurz dahinter dann Carapaz, das waren zwei, die sich aus der Favoritengruppe abgesetzt hatten und an dem Tag muss man mal sagen, taktische Meisterleistung der Mobi-Star-Mannschaft. Ja, völlig ungewohnt. Ja, recht ungewohnt, was man in der Vergangenheit nicht so oft behaupten konnte, also die hatten halt Carretero und Amador vorne in der Spitzengruppe, dann hat im Schlussaufstieg Landa attackiert und hat dann nach und nach die beiden aufgefahren, die konnten sich da noch einspannen und, ja, dann konnte sich auch noch Carapaz lösen und somit haben beide Movie-Star-Captains an dem Tag Zeitgut gemacht. Ja, und Landa, den wir ja vorher schon so ein bisschen als auch einer der Fahrer, ja, den wir durchaus Sympathien entgegenbringen, wo wir gesagt haben, ach, das wird auch mal fein, wenn es dem da gut geht, möchte ich mich in keinster Weise beschweren, dass der da vorne mit gelandet ist. Ansonsten, ja, ich glaube, das, was du eben gesagt hast, wenn man so eine Etappe nur auf dem Papier hinterher sehen würde, ist eigentlich das beste Indiz, dass keine Gruppen ankommen, ne, sondern jeder irgendwie einzeln da hochstapft und daran sieht man ja auch meiner Meinung nach, dass man, wie hart das auch ausgefahren wurde, ne, also und das bei der Etappe muss man ja auch mal jetzt mal einfach so sagen, von 200 Kilometern. Das heißt für mich da auch so ein bisschen, Entschuldigung, dass jeder oder dass viele Fahrer nicht so einfach abschenken wollen, ne, oder vielleicht noch ihre Chance sehen oder so nach der ersten Woche oder nach den ersten Tagen, viele ja schon gelungen haben, oh, das wird ein Durchmarsch, das wird ein Durchmarsch, aber ich glaube, dass da noch mehr Fahrer eine Möglichkeit sehen, als man es von außen vielleicht vermutet. Naja, insbesondere die Movie-Star-Mannschaft hat ja davon profitiert, dass, ja, Nibali und Roglic ihr Spielchen da gespielt haben, beziehungsweise nur auf sich gegenseitig geachtet haben und, ja, wenn sich zwei streiten, dann freut sich ein Dritter, also Carapaz, der war eigentlich schon weit zurück in der Gesamtwertung und den hat man dann, ja, eigentlich unnötig wieder zurückgebracht aus Sicht von Roglic und Nibali, aber ich glaube auch, selbst wenn jetzt Bernal dabei gewesen wäre, wäre das Team Ineos bei weitem nicht so dominant gewesen wie bei der Tour de France, also der Einzige, der einigermaßen mitfahren kann in den Bergen ist eigentlich Sivakoff von denen. Ja, klar, also, aber Bernal, also ich glaube, es wäre trotzdem ein anderes, aber nee, das wäre, du hast recht, aber trotzdem hätte Bernal dem Ganzen noch einen deutlichen Stempel aufsetzen können, finde ich. Das wäre noch die Würze in der Suppe gewesen. Ja, und ein Dummler auch, stelle die zwei noch davor, beide mit vielleicht nicht den stärksten Teams, aber auch beides Fahrer, dem man durchaus zutraut, den einen aufgrund seiner Erfahrung und der anderen aufgrund seiner Unbekümmertheit, dass sie da hätten Akzente gesetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, ne, das, das finde ich, äh, macht's halt, gibt dem Ganzen, also, das tut dem Giro keinen Abbruch, also deswegen ist der Giro trotzdem toll dieses Jahr, aber ja, toller ging halt immer, ne? Das stimmt, ja, aber Verlierer an dem Tag gab's natürlich auch ein paar, einer davon, Miguel Angel Lopez, der hatte Pech, der hatte einen Defekt im Anstieg und konnte dann nicht mehr zurückfahren zu Roglic und Nibali, verliert an dem Tag gut 1,20 auf die beiden und, ja, Simon Yates, der, ja, über zwei Minuten auf die beiden verloren hat. Hast du ihn an diesem Tag dann so, äh, im Kopf schon abgeschrieben gehabt? Simon Yates? Ja. Ja, aber kommen wir später noch dazu, also, das scheint nur eine temporäre Formkrise bei ihm. Deswegen, deswegen frage ich ja, ne, hattest du ihn an diesem Tag schon abgeschrieben? Äh, die Frage war bewusst zugestellt, manchmal denke ich mir auch vorher was dabei, äh, weil ich dachte, also, ich dachte an dem Tag, ich dachte, wenn ich dachte, ich dachte an dem Tag wirklich so, okay, ey, 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 wer als Favorit fünf Minuten auf, äh, den Sieger verliert, das ist okay, aber dann zwei Minuten noch, wenn man eigentlich in der Position ist, dass man es halt gut machen muss, zwei Minuten auf so einem Mitfavorit, äh, auf Roglic zum Beispiel, ähm, ich hatte an dem Tag echt gedacht, so, das war's jetzt langsam für den jetzt, also, ich, meine, meine, meine ganze Zeit Überlegung oder mein, mein Gedanke, wie sein Plan aussehen würde, nämlich, äh, ersten anderthalb Wochen, zwei Wochen langsam machen und dann, wie Phoenix aus der Asche erstehen, äh, quasi den umgekehrten Yates machen, äh, dachte ich zu dem Zeitpunkt nur, pff, hast ich, hast ich verschätzt, ist nicht so. Naja, aber du sagst, das ist die Duplizität der Ereignisse, also die Briten kennen sich damit ja aus, also im letzten Jahr hat ja, äh, Vroom das im Prinzip gemacht, also ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Jahr vielleicht Roglic den Yates macht und dass Yates den Vroom macht. Genau, das hatte ich ja, ich weiß nicht, wann ich's gesagt hab, aber ich hab's relativ früh behauptet in dieser Sendung, möge mich ein Hörer, äh, da bestätigen und nochmal alles durchhören, wenn er so verrückt sein will. Äh, sind wir gespannt, ne, aber das macht's ja auch, also fände ich ja schön, wenn Fahrer, wenn Fahrer aus ihren, äh, Fehlern lernen. Und was mir auch aufgefallen war, ähm, man hat auch gesehen, äh, Mikkel Newe an dem Tag, ne, also, ähm, ich finde halt auch, dass das Team von Yates gut in Form ist, ne, also den Newe nach vorne zu schicken, dass er da mitfährt, äh, zeigt ja, das würde man ja nicht machen, äh, wie soll man sagen, wenn man nicht davon ausgehen würde, äh, nee, Quatsch, das war nicht an dem, doch, das war an dem Tag, äh, äh, wenn man nicht von deren Form ausgehen würde, ne, und das ganze Team scheint ja irgendwie gut drauf zu sein, und, äh, ich kann mir dann irgendwie nicht vorstellen, dass ihr Kapitän so dermaßen sich verkalkuliert hat, ne. Na, Herr Mitchell und Scott, die haben generell eine sehr, sehr starke Mannschaft am Start, und Mikkel Newe, das ist ja sowieso ein ganz, ganz grundsolider Bergfahrer, der jetzt am Sonntag, glaube ich, auch Geburtstag hatte, 35 geworden ist, und, ähm, ja, aber passender ging's ja eigentlich nicht, dass Newe, was so deutsch, Schnee heißt, an dem Tag am schneebedeckten Lagos Heru als Zweiter ankam. Ja, hab ich wieder was gelernt, Newe heißt Schnee, äh, stille Na, nee, hallo, 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 naja, oh, ich hab vergessen, die Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot, naja, setz ich jetzt mal die Kapitelmarke für, äh, Etappe Nummer 14, da wären wir dann angelangt am vergangenen Freitag, wenn ich das richtig sehe, äh, dort ging es dann von Saint-Vicent, nee, wir sind in, äh, Italien, Saint-Vicent, nach, äh, ich bin immer die ganze Zeit französisch, weil ich hier in Frankreich rumhänge. Ja, es ist ja im Prinzip auch das, also wir befinden uns geografisch gesehen immer Ostertal, und das war ja lange Zeit, ähm, auch sehr französisch geprägt. Ja, also, äh, Saint-Vicent nach Courmarie, äh, Skyway Monte Bianco, also an die, äh, äh, Bergst, nee, wie heißt das, ähm, Skistation oder was ist das, ne? Ja, also Monte Bianco heißt ja zu italienisch Mont Blanc, also es ist unterhalb des Mont Blanc Massivs. Genau. Äh, Etappe Nummer 14 an dem Tag. Von der Topografie der Karte, ähm, kann man sagen, ist jetzt ein Tag, an dem die Sprinter durchaus, die noch im Rennen waren, sich gesagt haben, äh, heute machen wir mal Dienst nach Vorschrift, ne? Also eins, zwei, drei, vier ernstzunehmende Hügel, zumindest eine Mini-Bergankunft oder eine, äh, eine, die als solche gesehen werden kann. Von den Höhenmetern her definitiv nicht zu unterschätzen. Es gibt quasi nur eine kurze ruhige Phase, ähm, nach sieben Kilometern geht's in den Ergstenberg. Ist so ein Tag, da den mögt man, den, den liebt man oder hasst man, aber ich glaub so dazwischen gibt's jetzt nix. Also, ich glaub nur ein Fahrrad ist das an dem Tag egal, das ist ein Christian Knees, der fährt das einfach runter, weil das muss. Ja, aber auch da wieder ein recht guter Mix, jetzt nach einer längeren Etappe, da mal wieder so eine ganz kurze Bergetappe, wo wir in den letzten Jahren, na, bei der Tour de France beispielsweise gelernt haben, dass die dann doch um einiges ereignisreicher sind als diese Langenberg-Etappen. Und, ja, an dem Tag ging's ja auch schon vom Start weg recht animiert los. Und, ähm, ja, das Haupthindernis des Tages war der Colle San Carlo, 10 Kilometer mit fast 10 Prozent im Schnitt. Das war im Prinzip, ja, hatte man schon so gesagt, schon Vergleiche zum Mortirollo gezogen. Also, richtig, richtig schwieriger Anstieg. Und da hat sich dann auch, ähm, ja, die Spreu vom Weizen getrennt. Bei den Favoriten ging's dann da richtig zur Sache. Und, ähm, ja, Nibali hat einige Angriffe gestartet auf Roglic, war damit aber nicht erfolgreich. Und wiederum nutzt Nisa dieser Rivalität zwischen Nibali und Roglic war Richard Carapaz. Ja. Der hat im Anstieg einen Vorsprung von gut 25 Sekunden rausfahren können. Aber der ist dann angewachsen bis ins Ziel auf Nibali und Roglic auf fast zwei Minuten, aufgrund dessen, dass sich die beiden wieder belauert haben. Ja, das ist halt dieses, ähm, wie soll man sagen, ich, 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 ich finde immer beim Autofahren, um darauf zurückzukommen, was wir eben, äh, wo wir schon drüber sprachen, ich finde beim Autofahren merkt man einfach dieses Spritspanefahren, in dem man einfach immer mitgleitet und keinen Stress sich macht und so, ne. Das ist im Prinzip ja gar nicht so weit entfernt davon, ne. Also, äh, Gleichmäßigkeit. Man hat das ja auch früher gesagt, Jan-Ulrich mochtest, äh, viel mehr gleichmäßig den Berg hochzupedalieren, als sich jetzt irgendwelche Angriffe auszusetzen oder auch darauf regieren zu müssen und so weiter und so fort. Ähm, auch so ist es so. Und wenn du natürlich dein, vielleicht auch wie so ein Flum, ne, also wenn du nach deinen Wattzahlen fahren kannst, wenn du dein Programm durchspielen kannst, ähm, besser als agieren und immer hin und her und so weiter und so fort. Insofern, äh, alles richtig gemacht, ne. Also, dass man von dem Team Movies da nochmal irgendwann sagen würde, wow, ähm, das ist taktisch richtig klug, gut, was ihr macht, äh, äh, Chapeau. Kann man nicht anders sagen? Ja, also auch, ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass jetzt auch vor dem, seit diesem Jahr da Max Chandry die, äh, sportlichen Geschicke der Mannschaft eingebunden ist. Also ist ein sehr erfahrener Sportdirektor, der da dem Team so ein bisschen andere, andere Ausrichtung, Anstrich in Sachen, ähm, Taktik gegeben hat und das zahlt sich jetzt beim Giro aus. Also, aber wie ich es schon gesagt habe, gerade, es werden, war vielleicht der Fehler des Giros von Roglic als auch von Nibali, dem Garabas an dem Tag zwei Minuten und an dem Tag davor gut 1.30 zurückzugeben. Also, das wird dem vielleicht noch leidtun. Äh, äh, entweder es wird ihm leidtun oder, ähm, wie soll man sagen, oder Yates ist vielleicht auch der lachende, lachende, lachende Vierte von den dreien, ne, weil er sich ja da auch so ein bisschen herausgelassen, herausgehalten hat und, äh, seinen Stiefel runtergespielt hat, ne, und vielleicht, wenn es am Ende, es würde mich nicht wundern, wenn es am Ende auf dem Zweikampf Carapaz, zumindest nur zu dem damaligen Zeitpunkt saß, es könnte auch so sein, dass es einen Zweikampf Yates Carapaz gibt und vielleicht am Ende Nibali und Roglic sich nur noch um den dritten Platz streiten müssen. So könnte es gehen, ja, aber wie gesagt, worauf ich hinaus will, es wäre nicht notwendig gewesen, Carapaz überhaupt fahren zu lassen. Also, die waren auf der Abfahrt wieder auf 20 Sekunden dran und wenn die beiden zusammengespannt hätten, hätten die den auch zurückgeholt, bin ich fest davon überzeugt und, ähm, ja, also, da sind, also so, ja, taktisch war das meiner Meinung nach einfach ein Fehler. Ja, ja, Unnötigkeit. Und zum Beispiel auch Simon Yates, der war ja im Anstieg auch schon abgehängt, der ist dann, äh, auf der Abfahrt zurückgekommen und hat dann, ähm, im Schlussanstieg davon profitiert, dass hinten keiner arbeiten wollte. Ja, 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 das hatte ich auch alles, also an dem Tag hatte ich noch die Möglichkeit, die Zusammenfassung, äh, zu sehen. Und, ähm, was ich auch noch, äh, dringend erwähnen möchte, ist, ähm, ich, was ich gut finde, ist, wir haben ja jetzt, äh, was wir am Anfang auch zu dieser Etappe gesagt haben, diese kurze animierte Etappe. Ich finde, dass der Giro es dieses Jahr gut schafft, einen, eine Balance zu finden, ne? Ich glaube, nur so 130-Kilometer-Etappen, kurze Dinge, die auf, von Anfang an immer auf Krawall gefahren werden, das wäre auch nichts. Also, ich finde, dass gerade auch so, so der Wechsel 100, 200er mit durchaus kopierten Terror, dann diese Etappe, die dann animierter geht und so. Ich finde diese Mischung, äh, gerade dieses Jahr gut. Und würde mir wünschen, dass das allgemein, äh, so Anklang findet und, äh, bei den Veranstaltern, dass, dass man sich ein Beispiel daran nimmt, äh, sozusagen. Ja, was man zu dem Tag noch sagen muss, also, so gewonnen, so zerronnen. Einer, der aus Rang und Traktanten gefallen ist, ist Ilno Zakarin, der 7 Minuten 20 an dem Tag verloren hat. Also, der war ja vorher im Gesamtklassement sehr gut platziert nach dieser Lagos-Serru-Etappe. Ja. Oder, ja, wie viel da war? Dritter, glaube ich, sogar. Und an dem Tag ging es halt acht Positionen für ihn nach unten auf Rang 11. Mei, aber, da, weißt du, wo, was ich dann in so einem Moment wieder mir denken muss? Weißt du, dann hast du mal einen richtig guten Tag und einen richtig schlechten Tag. Das sind aber auch so Momente, wo man dann immer sagen kann, ich glaube dem Radsport immer mehr, dass er sauberer wird. Ne? Wenn, wenn jetzt ein Zakarin auf einmal jeden Tag da vorne ein Feuerwerk abfeuern würde, das würde ja auch wenig glaubhaft klingen. Und vor allen Dingen, ne, beim Team Kartusche Alpecin ist ja auch der ein oder andere im Hintergrund, wo man dann vielleicht mal vorsichtig zweimal hinguckt, ne? Also, deswegen bin ich da sehr, sehr froh drum, dass es auch diese Entwicklung gibt, gerade dort. Klar, das versuche ich ja auch immer den Außenstehenden dann zu erklären, dass es halt nicht mehr möglich ist, Gott sei Dank, wie vor 10, 15 Jahren, jeden Tag zu Feuerwerken und, ja, solche außergewöhnlichen Leistungen zu bringen. Und du siehst ja jetzt, die Leute, die im Klassement ganz vorne platziert sind, Carapaz, Nibali, Roglic, die bringen eigentlich konstant weg, jeden Tag, ihre Leistung und haben kaum große, machen kaum große Efforts, also fahren jetzt nicht 50 Kilometer solo und sind dann am nächsten Tag wieder dabei. Die müssen sich ihre kämpfen. Absolut. Also, ne, Roglic hat sich vielleicht bei den Zeitfahren hervorgetan, aber mehr auch nicht. Und hat ansonsten, ja, gut verwaltet. Ja, und auch ein Bauke Mollemer, der an dem Vortag auch vorne dabei war, hat an dem besagten Tag nach Cumailleur, wo wir jetzt sind, Etappe Nr. 14, ähm, dann auch zwei Minuten gut verloren auf die Favoritengruppe. Ja. Das war der, äh, lass mich nicht lügen, der Freitag? Ähm, der Samstag. Der Samstag und an dem Tag hat dann, ähm, sorry, ja, die Malia Rosa gewechselt von Jan Pollans auf Richard Carapaz, der sieben Sekunden, um sieben Sekunden sich das Trikot sichern konnte, vor Roglic und Ibali 1,47 immer noch sehr gut platziert, Raphael Maiker in der Gesamtwertung. Dazu muss man auch sagen, der hatte in der Abfahrt vom Colle San Carlo Krämpfe und hat sich dann aber trotzdem noch den Schloßeinstieg mit den Favoriten hochgekämpft, auch Lander wieder gut platziert mit nur noch 2,50 Rückstand, also der hat auch schon einiges zurückgefahren. Und was ich an dem Samstag noch, ähm, als ich es gesehen hatte, äh, zu mir gedacht habe, jetzt ist der erste Tag, der Samstag ist der erste Tag, wo wir das Gesamtklassement richtig sehen. Weißt du, was ich meine? Du meinst bereinigt? Ja, sogar so, ne? Ab dem Samstag wird es für mich einfach, weil da ist jetzt kein Fahrer mehr da vorne, der da nicht irgendwie so richtig auch hingehört, ne, der nicht durch eine, wie soll man sagen, Harakiri-Aktion oder durch so ein besonderes Herausreißen, also unter den Top 10 würde ich vielleicht noch mit einem Fragezeichen versehen, Jan Polland und Bauke Mollemer, ob die da so richtig zu Hause sein sollen, vielleicht nicht. Aber ansonsten sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sich das Gesamtklassement angucken kann und sagen kann, alles klar, um die geht's jetzt. Ja, definitiv, also das, das kann man so sagen und auch in den anderen Wertungen kristallisiert es sich immer mehr hinaus, was da so, ähm, zu erwarten ist, wer da vorne zu erwarten ist, also die Bergwertung führt, na, eindeutig nach dem Tag Giulio Ciccone ein, an, der durch seine Fahrweise auf der vorangegangenen Etappe da eifrig Punkte sammeln konnte, hat 102 Punkte nach dem Tag Vorsprung vor Risha Carapaz, also das wird dem schwierig noch zu entreißen sein, aber auch die Nachwuchswertung, extrem spannend noch, Pavel Sivakov, wer hätte das vor dem Beginn des Giros gedacht, liegt vor Miguel Angel Lopez mit 35 Sekunden an der Spitze. Ja, ist vielleicht das so ein Trikot, äh, verwalten die das schon, also versuchen die da drauf zu gehen, hast du das mitbekommen? Äh, ja natürlich, also sobald irgendwie sich Lopez in den Anstiegen bewegt, siehst du ja auch, dass Sivakov sofort nachfährt, also ich will nicht ausschließen, dass wir, äh, so ein ähnliches Duell wie im letzten Jahr zwischen Carapaz und Lopez wiedersehen, dieses Mal zwischen Sivakov und Lopez. Ja, aber dann hat das Team Ineos ja dann zumindest da, äh, sein Ziel gefunden, das ist ja auch schön, dass die wissen, was sie zu tun haben. Ja, und was natürlich eindeutig ist nach der Etappe, die Mannschaftswertung, Movie Star mit 27 Minuten vor EF Education First und das ist ja sowas, ja, worauf Eusebio und Sue, der Boss von Movie Star, sehr großen Wert legt, immer diese Mannschaftswertung. Ja, aber das sehe ich dann trotzdem auch immer, ich finde bei der Mannschaftswertung, weißt du, da muss ja nur einmal einer von den drei, drei oder fünf, drei werden, glaube ich, gewertet, ne? Kann das sein? Genau. Da muss ja nur einer von den drei einmal rausfliegen, aus irgendeinem blöden Grund, ne, dann kann das Ganze immer wieder völlig auf den Kopf gestellt werden. Das, das finde ich immer so ein bisschen, äh, ja, schwierig sozusagen, ne? Also im Prinzip musst du ja vier oder fünf hast. Ja, aber die haben ja im Prinzip immer zwei zumindest gesetzte Fahrer, Movie Star, also die können ja immer sagen, auf den Bergetappen haben sie auf jeden Fall, äh, Carapaz und Landa und dann hast du halt immer noch einen Fahrer wie Amador, der recht zuverlässig immer vorne auch mit reinfährt. Roch hast du vielleicht auch noch, gar nicht so schlecht, ähm, auch in der Gesamt, naja, 47, aber der zumindest auch jetzt bei solchen Tagen vorne sein kann. Und ja, schau, Südterlin ist ja auch noch dabei, sehe ich gerade. Und dann kommen wir, äh, zu gestern, äh, der Etappe vom gestrigen Sonntag von Ivrea nach Como, zum Koma See, äh, langer Anlauf, äh, dann mal zweimal runtergehüpft, runter und raufgehüpft und, äh, dann nochmal ein kleiner Hügel, also, ähm, komisch, komisches Profil, irgendwie, ne, also so. Ja, also es war ja im Prinzip eine Lombardei-Rundfahrt in der Italien-Rundfahrt. Ja. Ähm, das Profil ziemlich identisch, außer, dass die Modo di Sormano fehlte, also dieser letzte Zacken, den man, ähm, von Colmar di Sormano noch hochfahren könnte, den es bei der Lombardei-Rundfahrt gibt, also das ist wirklich extrem steil. Aber der, ähm, Renndirektor Mauro Venier hat gesagt, er wollte das nicht im Rennen haben, weil wenn da oben jemand einen, ähm, Defekt erleidet, dann verliert er den Giro, also weil es da kaum eine Möglichkeit gibt, auf diesem engen Sträßchen jemanden zu depanieren und du hast es ja vielleicht im letzten Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt gesehen, ich glaube, bei Badé war das, da ist ihm dann sogar ein Motorrad über sein Fahrrad drüber gefahren, weil die Straße so eng ist. Ja, stimmt, das, das erinnere ich an dieses unschöne Bild. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, irgendwie komisch, dass so lange Anlauf genommen und dann irgendwie, ähm, hinten, aber naja, also es wird einem Klassiker wie der Lombardei-Rundfahrt gerecht und 230 Kilometer, jetzt auch nix, was, äh, was man mal eben, ähm, so nebenher fährt. Äh, übrigens, äh, kleiner, ganz minimaler Einschub, ich habe mich letztens, ähm, mit jemandem unterhalten, äh, darüber, wie es ausschaut, wenn so eine lange Etappe gefahren wird oder kurze Etappe, ne, angenommen, es sind dann noch 30 Kilometer zum Hotel, was macht man dann eher, ne, wartet mal, äh, ne, fährt, ist man dann froh, diese 30 Kilometer nicht mehr fahren zu müssen, sondern steigt in den Bus oder, äh, nimmt man dann gegebenenfalls in Kauf doch nochmal irgendwie eine Strecke zu fahren, aber, äh, fährt sich dann mit dem Rad, also Ex-Profi und der meinte zu mir dann, äh, ganz klar, wenn es irgendwie geht und man sich jetzt nicht komplett tot gefahren hat in der Etappe, fährt man noch die letzten paar Kilometer, wenn es nicht zu viele Kilometer sind, aber so 10, 20 Kilometer oder so zum Hotel dann noch fahren, überhaupt gar kein Ding, macht man auf jeden Fall. Und die Erklärung, ähm, war auch, kam aus der Richtung, auf die ich nicht gedacht, oder die ich nicht gedacht habe, aber die völlig einleuchtend war, äh, klar, heute fahren die sich ja oft, äh, auf dem Trainer noch aus und so weiter, etwas, was es früher ja so in der Form weniger gab, ähm, aber der meinte, wenn ich jetzt, äh, irgendwie noch 10 Kilometer oder 15 Kilometer zu fahren habe, das fahre ich ja dann irgendwie in einer halben Stunde, 40 Minuten fahre ich das ja entspannt. Da habe ich keine Peaks mehr, sondern, äh, ruder einfach so, ne, fahre da so durch. Äh, hat aber den Vorteil, ich komme im Hotel an, stelle mein Rad ab, kann aufs Zimmer, kann duschen und alles ist fertig. Wenn ich im Ziel ankomme und vielleicht bin ich noch in der vorderen Gruppe oder einer Gruppe, dann warte ich vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde, bis der nächste ankommt. Dann müssen dann alle Räder noch eingeladen werden, der ganze Plansch und ich, dann fahren wir zum Hotel und dann komme ich vielleicht eine Stunde, anderthalb später an, als wenn ich einfach durchgefahren wäre. Und, äh, ist natürlich total nachvollziehbare Begründung. Nur so als Hintergrundinformation für die, die es immer schon mal interessiert hat. Äh, wie das da gehabt hat. Ja, es gibt, gibt natürlich auch so ein paar Fahrer, die haben dann, oder gab es ein paar Fahrer, die hatten den Luxus und, ähm, wurden dann mit einem Hubschrauber abgeholt. Ja, ja, das ist, äh, okay. Das ist jetzt natürlich nochmal ganz was anderes. Wir sprechen jetzt hier, ich will nicht sagen über den Wald- und Wiesn-Fahrer, aber nicht über die vielleicht 3, 4, 5 absoluten Favoriten von einer Grand Tour Rundfahrt. Ne, es ging mir jetzt eher so um normale Fahrer bei einem normalen Rennstall, bei einem normalen Rennen, äh, Mehretappenrennen, ne, wie das da so gehandhabt wird oder wenn man sich die, weil ich hab mich immer gefragt, mein Gott, ich hätte doch keinen Bock, äh, mich dann nochmal länger aufs Rad zu setzen als nötig, wenn ich eh schon bei einem Mehretappenrennen einiges an Kilometern abreiße. Aber mit dieser Begründung klang das für mich natürlich, äh, hat man mal wieder was gelernt, fand ich jedenfalls in der Situation. Äh, danke in diesem Falle an, äh, den Fahrer, der weiß, dass er jetzt gemeint ist, der manchmal zuhört. Und Grüße. So, ähm, äh, kommen wir dann aber jetzt mal zurück zur kleinen Lombardal-Fahrer-Rundfahrt im Giro. Ähm, hat sich jemand gedacht, stiefen wir mal los, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, also die beiden Ausreißer, die weggefahren waren, also eine Zweiergruppe war das nur, zwei Italiener, Mattia Cataneo, Androni Giocato di Sidamec und Dario Catallo Astana, ähm, die sind im Prinzip kurz nach dem Start weggefahren und die hatten einen ganz langen Tag vor sich, also über 200 Kilometer in der Fluchtgruppe. Aber zwischenzeitlich hat man denen einen Vorsprung von gut 16 Minuten gewährt und erst so, na, als es in Richtung Madonna del Gisalo ging, ähm, hat sich dann, ähm, die Mannschaft Mitchelton Scott erbarmt, hinten nach für Arbeit gemacht und das war dann einfach zu spät, um diesen riesigen Vorsprung in dem Finale wieder zurückzufahren. Somit haben die beiden, die sich dann zum Schluss auch noch ordentlich belauert haben und das nochmal knapp wurde, aber immerhin elf Sekunden dann ins Ziel gerettet und, ja, der Sieg im Sprint an Dario Catallo, das ist auch so einer, ja, der, ich will sagen, fast sagen, der besten Helfer im Feld. Also, der gewinnt auch mal ganz selten irgendwo was. Also, der letzte Sieg ist, glaube ich, die Etappe bei der Vuelta 2012 gewesen. Letzter großer Sieg, ja. Ja, ja, und für den hat es mich wirklich gefreut, dass der, der sich dann auch mal an dem Tag, äh, auszeichnen durfte, ähnlich wie bei Cesare Benedetti. Mhm. Aber was dann natürlich viel spannender war noch, als dieser Zweiersprint war hinten, was war dieses, äh, der Großkampf, der im Gesamtklassement losgebrochen war. Also, es ging los damit, dass, äh, Roglic einen Defekt hatte, kurz vor, ähm, dem Cevilio, das war der letzte Aufstieg des Tages, hatte Roglic eine Panne und konnte aber in dem Moment nicht depaniert werden, weil der Teamchef oder der sportliche Leiter von Jumbo Wismar, ähm, mal austreten musste und der Teamwagen nicht da war und somit musste er dann mit dem Fahrrad von Antoine Tolhock die Etappe zu Ende fahren. Mhm. Was natürlich immer das Problem ist, also ich glaube, ähm, ich habe es jetzt nicht verglichen, aber so, also ich kenne Antoine Tolhock jetzt nicht, aber ich, ich vergleiche es mal währenddessen. Ich meine mal einmal ein Bild von ihm gesehen zu haben oder habe so einen Fahrer vor Augen, kann mich natürlich komplett täuschen, ähm, dass das zumindestens so von der Größe her, äh, einigermaßen in Ordnung hätte gehen müssen, oder? Ich meine, klar, es sind ja immer noch, äh, 1,78 und 1,77, also das zumindestens sollte kein größeres Problem sein. Na klar, aber wenn du so eine Abfahrt am Limit runterfahren musst und das auf einem fremden Fahrrad ist bestimmt nicht so optimal, wie mit deinem... Es gibt ja noch andere Wunderlichkeiten dann, ne? Erinnerst du dich noch als, äh, sag mal schnell, äh, wie heißt er hier? Deutscher Zeitfahrgott, äh, Toni Martin, ähm, mal auch das Rad von einem Teamkollegen genommen hat? Genau, der musste mal bei der Tour de France, bei dieser, ähm, Etappe übers Kopfsteinplast, da musste er das Rad von Matteo Trentin nehmen und das habe ich neulich auch erst gelernt, dass, äh, es den Begriff Australian Setup gibt. Oder, oder auch UK, British Setup gerne. Also das ist nicht nur in Australien verbreitet. Genau, also das ist im Prinzip so, dass dann die, äh, Bremsen vertauscht sind. Also sprich nicht, äh, links die Vorderbremse, sondern rechts. Ja. Wie auch beim Motorrad, ne? Da ist es ja auch so. Äh, und jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, ich bin ja auch im, äh, Fahrradteilehandel. Für die, die es nicht wissen, ich bin im Fahrradteilehandel tätig. Und wir kriegen auch öfter mal Anfragen dazu, ne? Dass dann gesagt wird, hier, ich würde gerne jetzt hier, ne, die und die Gruppe bei euch bestellen, ne? Könnt ihr mir die auch, äh, im anderen Setup, äh, liefern. Was dann, äh, auch machbar ist, ne? Also, äh, im, im Motorcycle-Setup. Ähm, ja, ja. Klar, ne? Also wenn du, wenn du so ein Fahrrad getauscht kriegst und, äh, fährst dann direkt in die Abfahrt und dann merkst du erst, hui, hui, hier ist was falsch. Genau das ist ja vor kurzem auch DJ Van Garderen bei der Kalifornien-Rundfahrt passiert. Also, der hat auch das Rad von einem Teamkollegen genommen aber der hatte genau dieses Setup und Van Garderen hatte ein normales Setup und der ist dann in die erste Kurve reingefahren und, äh, einfach mal geradeaus gefahren, weil er sich verbremst hat und mit mal gar nicht mehr wusste, was los war. Ja, 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 klar. Ne, ne, also das, äh, muss man nicht nur darauf achten, dass die Größe jetzt noch stimmt, man muss ja auch zumindest mal hinterhergerufen bekommen, Achtung, äh, ich fahr links, äh, also Linksverkehr. Ja, also das ist dann immer die Frage, was da die richtige Seite ist. Aber, äh, die richtige Seite ist für mich immer die Seite, wo die meisten fahren. Wenn ich jetzt in England bin und dann fahren alle auf der anderen Seite, dann ist das die richtige Seite in dem Moment zumindest. Aber das sollte ja bei, äh, bei dem Niederländer eigentlich kein Problem sein. Also der sollte ja zumindest mit dem gleichen Setup, äh, in Bezug auf die Bremsen höchstwahrscheinlich unterwegs gewesen sein. Ja, also man hätte dann natürlich noch vor dem Schlussanstieg, äh, die Option gehabt, ähm, dass Roglic auf sein Ersatzrad wechselt, nachdem ja der Teamwagen von der Pinkelpause zurück war. Aber, ja, da hat man dann gesagt, mh, das wäre zu gefährlich gewesen. Also der wäre wahrscheinlich nicht mehr reingekommen in die Favoritengruppe. Und, ja, die Sache war dann halt auch die wieder, dass er, ja, eigentlich nur durch Glück da Antoine Tollhock angetroffen hat, der zurückkam, eigentlich schon abgehängt war. Und Roglic war da auch schon wieder isoliert. Also, da sieht man halt, die Mannschaft, mh, ist nicht, ich sag mal, die ist nicht tauglich dafür, um eine Grand Tour zu gewinnen. Ja, das, zumindest an diesem Tag, äh, an diesem Tag hatte sie nicht die Form, um, äh, um eine Grand Tour, um die Rolle des ihres, äh, ihres vermeintlichen Kapitäns, oder ihres Kapitäns zu verteidigen. Das stimmt. Ja, und dann ging's? Da ging's abwärts und, äh, zum Glück war da eine Leitplanke. Naja, erstmal ging's ja aufwärts, also diesen Chivilio-Aufstieg, den kennt man ja von der Lombardal-Rundfahrt, vier Kilometer mit gut zehn Prozent, richtig knackig. Und, ähm, da war's dann irgendwann so, klar, dass, äh, Nibali attackierte und, äh, da konnte nur Carapaz mitgehen. Das war das erste Mal, dass Roglic am Berg ein Loch hatte und nicht mitfahren konnte. Die kamen dann zusammen mit Yucasi oben auf der Kuppe an und, ähm, ja gut, das ist eigentlich im Prinzip, war's klar, dass Nibali es dann auf der Abfahrt probiert. Das ist sein Wohnzimmer, also der wohnt, äh, in Lugano, das ist in der Schweiz, aber nur 30 Kilometer gut weg von da und ist diese Abfahrt bestimmt schon hundertmal im Training runtergefahren und dementsprechend konnte er sich da leicht absetzen und, ähm, ja, in dieser einen Kurve, in der sich viele versteuern oder versteuert haben auch, ist es genauso Primoz Roglic, wie du gesagt hast, ergangen. Also, der wäre fast über die Leitplanke gefahren. Er hat Glück gehabt, dass er sich da noch draufstützen konnte. Ja, äh, kam wohl ziemlich blutverschmiert dann auch an, aber sagt, er hat das alles so ein bisschen abgewiegelt, so nach dem Motto, ja, sieht schlimmer aus, als ist, ist nur ein bisschen im Gesicht, ähm, was ja auch irgendwie eine Aussage ist, ist nur im Gesicht, ne, also nach dem Motto, äh, ja, alle, alle wichtigen Teile vom Körper sind in Ordnung, ähm, da sieht man aber auch, ne, also, wie wir eben schon mal sagten, ne, was für, also Ackermann oder auch ein Roglic, der ja auch nicht zum ersten Mal bei diesem Giro, ähm, Problem im Sinne von Sturz hatte, äh, hat. Naja, aber auch da muss man jetzt mal sehen, in den kommenden Tagen, also, er ist da auf die, auf die Brust und auf, auf die Rippen gefallen, damit musste er sich abstürzen, also, ich kann mir auch vorstellen, dass das einige Spuren hinterlässt, also, wenn du dir da was quetscht. Ah, äh, Rippenprellung aus eigener Erfahrung, äh, kein Zuckerschlecken, um es mal vorsichtig auszudrücken, das, äh, kann einen schon behindern, äh, bei allem, was man tut. Äh, äh, wirklich allem. Also, ich hab eine Rippenprellung wirklich noch, ich weiß gar nicht, wie lange nachts da gelegen und hab mich kaum getraut, mich umzudrehen vor Schmerzen. Also, möchte ich nicht haben an seiner Stelle. Also, äh, kann man meiner Grundtour sicherlich nicht gebrauchen. Ja, äh, aber lass uns mal, ab, unabhängig von Roglic und seinen Unerfreulichkeiten dann auch mal zu dem Rest vom Fest kommen, äh, weil an dem Tag, war es eine Wiederauferstehung oder war es dann, äh, boah, Entschuldigung, ich hab hier so einen komischen kleinen Tisch, der macht manchmal Geräusche, äh, oder war es vielleicht auch so, das erste, das erste Winken mit dem Zaunpfahl, äh, Simon Yates kam zurück aus der Kiste. Ja, dem geht's vom Tag zu Tag besser. Der hat zwischendrin schon einmal attackiert, beziehungsweise ist mehrmals gleich versucht und wollte die Etappe gewinnen, ist ihm nicht ganz gelungen. Im Chivilio-Aufstieg, ja, konnte er nicht ganz mit Carapaz und Nibali mitfahren, aber ist dann wieder auf diesem kurzen Flachstück, wo Carapaz mit, äh, ihm und, ähm, genau, mit Yates zusammen dann noch, äh, Nibali wieder eingeholt hat, ist er wieder zurückgekommen und, ähm, ja, hat dann den Sprint aus der Gruppe rausgewonnen als Dritter. Gab, dafür gibt's auch noch, äh, Bonuspunkte, ne, Zeitbonifikation. Genau, gab da noch eine Zeitbonifikation für ihn, spielt jetzt nicht so die große Rolle, aber entscheidend war halt an dem Tag, dass, äh, Carapaz und Nibali Zeit auf Roglic rausgefahren haben. Ja. Insgesamt, äh, auch wieder so eine Etappe, wo man sich denkt, mein Gott, äh, ne, also, äh, schön, dass sowas gibt und vor allen Dingen, was ich jetzt, äh, eben noch im Nachgang erst gesehen habe oder erfahren habe, die sind so zweiteilten 40er-Schnitt gefahren, auch bei der 232-Etappe mit nicht grad einfachstem, äh, Gelände, äh, also Hut ab, also was da, äh, auch an Leistung dann an diesem Tag gebracht wurde. Ne, klar, aber auch hier wieder ein, äh, ein, äh, ja, ein bisschen anderes Profil, Klassiker-Profil und man hat gesehen, das hat, äh, zwischen, äh, Carapaz, Nibali und Roglic fast größere Zeitabstände rausgefahren als die Bergetappen. Ja. Und ich würde jetzt sagen, also diese 47 Sekunden, die Carapaz jetzt hat, na, da fehlen ihnen jetzt, schätze ich mal, noch so 20, 25, um sicher zu gehen fürs letzte Zeitfahren. Ja, aber da ist ja noch, bis dahin fließt ja noch viel Wasser, den, äh, was haben wir, den, den Tiber runter, ähm, da kann ja auch noch einiges passieren. Wir sind ja jetzt gerade mal Anfang der letzten, doch, wir sind Anfang der letzten Woche, ne, ich bin schon komplett irritiert durch meinen Urlaub hier. Ich muss doch echt so lange heute überlegen, was für ein Wochentag ist. Am, am ehesten fiel mir ein, dass heute Ruhetag ist und dann habe ich überlegt, was für Ruhetag ist, was für ein Tag und am Montag, ah ja, klar, heute ist Montag. Ähm, wir haben ja jetzt noch einiges vor uns und, äh, vielleicht um das jetzt mal an diesen Punkte die Nachberichterstattung oder die Retrospektive, ähm, abzuschließen, äh, im Moment, äh, hier Montagabend, äh, Stand Richard Carapaz für Primoz Roglic und Vincenzo Nibali unter den Top 3, Abstand 47 Sekunden für Primoz Roglic. Vincenzo Nibali 1,47 dahinter, also genau eine Minute ist Primoz Roglic vor Nibali. Äh, Rafael Maika erfreulicherweise Platz 4 mit 2,35, also auf Nibali rund, ja, 48 Sekunden. Danach Mikel Landa Bauke-Mollema, äh, Hut ab, Jan Pollank, äh, Simon Yates dann, als wirklich noch einer von den großen Namen mit 5,24, wird, wird, da muss er wirklich in der letzten Woche meiner Meinung nach nochmal richtig, äh, aufblühen, beziehungsweise da weitermachen, wo er jetzt, äh, aufgehört hat so ein bisschen, das, oder? Ja. Sonst, es wird, es wird nicht einfacher für ihn. Nö, klar, aber er kommt jetzt so langsam wieder in Tritt und, ähm, den sollte man nicht zu viel Raum geben, wenn ich jetzt, äh, die Movistar-Mannschaft wäre. Eine Sache vielleicht noch zu der Etappe, es gab hinterher, oder es gibt momentan in Italien eine riesige Polemik, A, um dieses, ähm, Fahrrad von Roglic, was danach nicht überprüft wurde, auf, äh, mit einem Scanner und B, über diese sogenannte Sticky Bottle, die er bekommen hat, vom Teamwagen. Also, ähm, auch das mal, weil ich hatte es überhaupt nicht mitbekommen. Also du meinst, dass das erste Fahrrad, das erste Fahrrad. Also, äh, er fuhr dann wieder nach vorne rein und hat sich dann, ich glaube, wenn man es mit der Hand gestoppt hat, waren es so fünf bis acht Sekunden vom Fahrzeug ziehen lassen. Mhm. Und da gab es schon andere Fahrer auch, die da für sowas eine Zeitstrafe bekommen haben. Mhm. Ja, okay. Das war jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es, äh, beispielsweise Nibali mal bei der Woelta gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, er ist da mit dem Bus gefahren. Genau, aber er ist dann, hat dadurch, äh, schon einen gewissen Vorteil gehabt und hätte sich da, denke ich, auch nicht drüber, äh, beschweren dürfen. Und es gab, glaube ich, sogar hinterher, wenn ich mich nicht irre, ähm, eine Geldstrafe für die Mannschaft dafür, aber keine Zeitstrafe. Mhm. Okay. Ja. Kann man, kann man meiner Meinung nach durchaus diskutieren dann. Und das andere war, äh, tippe ich jetzt mal darauf, dass sein erstes Rad, was den Effekt hatte, wo er dann auf das Rad vom Teamkollegen umgesprungen ist, dass das nicht kontrolliert wurde? Ich glaube, so war es, ja. 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 Also ich sag mal so, wenn Primo Schrocklitsch, dessen gerade wahrscheinlich jetzt die letzten drei, vierzehn Etappen jedes Mal kontrolliert wurde, ähm, und jetzt bei dieser einen Etappe nicht, dann hätte es, glaube ich, andere Etappen gegeben, wo ich an seiner Stelle eher den Motor eingesetzt hätte, als an dieser Etappe. Ich finde, da muss man auch mal ein bisschen so Realismus auflassen, ja. Und in die Diskussion reinkommen lassen. Ich wäre, ich wäre dabei bei der Diskussion, wenn es jetzt auffällig gewesen wäre, dass jetzt auffällig oft auf den Bergetappen das Rad gewechselt hätte. Das gab es ja auch mal, also wir kommen ja morgen zum Mortirolo, da gab es mal einen Fahrer, der hat, äh, vor dem Mortirolo das Fahrrad gewechselt, hatte 40 Sekunden Rückstand und dann ist, ähm, ein anderer Fahrer aus der Mannschaft mit dem kaputten Fahrrad weitergefahren. Äh, ne. Also, ich halte diese Diskussion zumindest für, ähm, nicht nötig, Zeitverschwendung. Die andere Diskussion, die kann man meiner Meinung nach ranstecken und dann kann man, aber in so einem Fall würde ich dem Fahrer dann auch einfach sagen, okay, äh, ich, ich kalkuliere jetzt einfach, ne, du hast es versucht, äh, bist reingefallen, du hast dich zehn Sekunden festgehalten, bekommst du 20 Sekunden Strafe, Punkt, aus. Das muss man jetzt auch nicht, auch nicht höher hängen als nötig, ne. Ist ein Bescheid. Nee, aber das ist halt auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Auslegungsspielraum, den da die, die Jury hat und, ähm, wir erinnern uns, bei der letzten Tour de France war das, wo Tom Dumoulin dann auch diese Zeitstrafe bekommen hat, als er dann im Windschatten des Minis zu lange geblieben ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Also, das machen die, wie sie möchten, ne. Ich, 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 ich frage mich dann immer, wer sitzt da in der Jury, also, welche Interessen gibt es da in der Jury, dass man so oder so entscheidet, ne? Also, Primo Schrocklec ist jetzt, Jumbo Wisman, niederländisches Team, tschechischer Fahrer, äh, italienischer Radausstatt, bitte? Slowene. Äh, Slowene, Entschuldigung, äh, slowenischer, ich hab jetzt die, die Flagge hier, äh, slowenischer Fahrer, italienischer Radhersteller, ne? Also, warum sollten die denen jetzt ausgerechnet mehr bevorzugt, also, ich glaub nicht, dass, äh, Bianchi da so, so fette Aktien im, im Paket hat, ne? Würde mich wundern, wenn die noch so viele Aktien haben, überhaupt. Ähm, ja, aber habe ich äh, also gut, dass du auf diese Diskussion hinweist, wie gesagt, das eine halte ich für, ich glaub auch gar nicht, ob man im Bianchi einen Motor reinbauen kann. Also, so viel Ingenieurskunst trau ich denen zumindestens in den letzten Jahren nicht zu. Da musst du doch mal realistisch nachdenken. Äh, ne. Äh, ne, klar, aber es ist jetzt natürlich ein, also, wie soll ich sagen, äh, wieder eine Nebelkerze, die da in den Medien gezündet wird, um, um dieses Duell oder dieses Feuer noch weiter zu schüren zwischen Roglic und Nibali. Ja, da braucht man ja gar nicht, ne? Ach, Sorum meinst du, also ein, ein Anti, äh, ein gegen Ita, Sorum. Ja, logisch, die italienischen Medien schlagen sich natürlich auch auf die Seite ihres, äh, ihres Fahrers und, ähm, haben da natürlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr weite, sehr hohe Tragweite dadurch, dass sie, ähm, auch mit dem Ausrichter der RCS verflochten sind und natürlich, ähm, dass diese Rundfahrt in Italien stattfindet. Ja, okay, das hatte ich jetzt gar nicht am Schirm, das ist natürlich, um Fahrer geht der, der gegen ihren Liebling fährt. Ja, natürlich, ja. Das ist ja ein bisschen halt jetzt so Psychokrieg. Ja, aber, äh, ich, ich, für mich wirkt, ähm, Roglic nach außen zumindest nicht so, als wenn ihn das Großes anhaben könnte. Und Nibali, äh, ich, ich glaube, wenn die beiden irgendwie am Start, äh, nebeneinander stehen und darüber sprechen, dann können die sich, glaube ich, beide drüber kaputt lachen. Also, vor allem, wenn das ja, ist ja lustig, wenn Roglic dann sagt, äh, guck mal, ich halte mich acht Sekunden fest und, äh, ist hier Diskussion und du fährst, fährst die Hälfte der Strecke mit dem Autobus und keiner sagt was. Ich glaube, so können sitzen die am Bein und lachen sich darüber, schäckig. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und wenn es, wenn es Auflage bringt für die Zeitung, mein Gott, solange die beide das nicht ernst nehmen, finde ich das, äh, okay. Wir wissen es ja einzuordnen. Zumindestens. Ja. Also, bringen wir, äh, Gesamtstand, hatten wir ja gerade, äh, schon gesagt. Ähm, Punktetrikot, nach wie vor, ähm, Demar vor Ackermann. Ja, da hat Arno Demar an dem Tacken ein paar Punkte gut gemacht auf Pascal Ackermann oder seinen Vorsprung ausgebaut durch einen Zwischensprint. Genau. Äh, 200 zu 787 könnte, also es ist aber jetzt kein Trikot, wo man sagen würde, das ist schon vergeben. Naja, also die Sache ist ja die, es gibt am Donnerstag, ist es, glaube ich, diese Sprint, mögliche Sprintetappe noch, aber da müsste da ja dann im Prinzip, äh, Bora Hans-Krohe komplett alleine das Feld zusammenhalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, FDG, Grupp Grammar FDG für, ja, einen Etappensieg von Demar riskiert, dass man, ähm, die Punktewertung verliert. Die haben dann halt lieber Ausreißer vorne, sodass die die Punkte wegschnappen und Demar das Trikot nicht verlieren kann. Ja, klar. Unser taktischer Gesichtspunkt auf jeden Fall. Ich glaube, also, ich glaube, wenn Ackermann das Trikot noch holt, dann ist das eher sehr, sehr großes Glück und ein Versehen oder hoffentlich das nicht. Pech von Demar, dass ihm irgendwie wiederfährt. Aber du möchtest ja auch nicht so ein Trikot holen, ähm, durch das Pech deines Konkurrenten. Also das, das würde keinem gut zu Gesicht stehen. Ähm, wie du schon eben sagtest, ne, Pavel Sikakov und, äh, Mikel Angel Lopez, äh, sind die Fahrer, die im Prinzip mit sieben Sekunden Abstand sich um das weiße Trikot des, ähm, Jungprofis schlagen. Ähm, Bergwertung hat sich seitdem auch nichts mehr geändert. Äh, wie spricht man den Vondermaus-Giulio-Chicone? Äh, ja, da muss schon viel passieren, damit er das nicht mehr holt. 171 zu 66, also im Prinzip rund zweieinhalb mehr als der nächste. Das ist so. Da kann auch nur noch durch einen Ausfall eher gestoppt werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder Carapaz verliert irgendwie ganz viel Zeit direkt beim ersten, nächsten Berg und, äh, er entschließt sich dann aufs Bergtrikot zu gehen und fährt dann ab dann jeden Punkt ein. Und Chicone keinen mehr. Oder sowas in der Richtung. Ja, das war das Update. Also so sieht's aus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt dann wieder zurückspringen und vor- und herspringen, machen wir doch jetzt mal deine Berichterstattung von vor Ort und danach dann, äh, die Vorausschau. Ich glaube, das ist, äh, vom Vor-, vom Ablauf her, ähm, meiner Meinung nach sinnvoller, oder? Wie war's? Ja. Da kann ich jetzt auch mal einen Schluck trinken und zuhören und Nasen putzen, husten und all das, was ich jetzt versucht habe. Ja, also es war, war also ein spektakulärer Ausflug. Ich war ja dann am Freitag und am Samstag jetzt bei den beiden Etappen, ähm, Lago Cerro, Ceresole Reale, als auch dann, ähm, Comayeur am Colle San Carlo, dann selbst auch zugegen da in der Gegend. Ist erstmal eine ganz schön weite Strecke, was man dann doch nicht denkt, in Richtung Aostatal da, Turin. Und, ähm, na gut, den ersten Tag, ähm, hatte ich dann, das war auch eine ganz nette Geschichte, eine Anekdote am Rande, weshalb ich dann den Giro auch sehr schätze und die Leute dort, ähm, ein Hotel gebucht in der, in so einem ganz kleinen Bergdorf irgendwie. Da gab's dann so einen Marktplatz, aber so ganz viele verwinkelte Kassen und das ließ ich nicht finden. Und dann, äh, irrte ich da irgendwie so ein bisschen zu Fuß auf diesem Dorfplatz rum irgendwie und dann nahm mich dann aber, hab ich da jemanden gefragt und, äh, ob der wüsste, wo denn die Unterkunft sei und der hat mich dann gleich mit in sein Auto genommen und mich dahin gefahren. Das fand ich dann auch wieder sehr nett. Und dann, den nächsten Tag war dann halt die Etappe und, ja, da ist dann halt immer erst die Schwierigkeit, da auch einen, einen Stellplatz fürs Auto in dem Anstieg zu finden, weil die Straße war dann, glaub ich, auch schon ab, kurz nach elf war die dann schon gesperrt und ich hatte mich dann, ja, an so einem Picknickplatz 25 Kilometer vor Ziel hingestellt und was ich immer so schön finde beim Giro, man fährt dann da, ähm, mit dem Auto noch ein Stückchen den Anstieg hoch und dann sieht man halt schon, ja, hunderte von Radfahrern, die dann selbst auch da den Anstieg hochfahren und die ganzen Dörfer, durch die man durchfährt, da wird alles mit rosa Luftballons geschmückt und, äh, alle putzen sich raus. Also ganz, ganz beeindruckend, wie bei einem Volksfest im Prinzip. Mal eine Frage, kurz, weil, ne, wie gesagt, ich war noch nicht beim Giro, ähm, wenn du jetzt 25 Kilometer vor Ziel die Karre irgendwo an der Strecke abstellst, ne, würde es nicht, da du ja, im Gegensatz zu mir, die fahrerischen Fähigkeiten hast, nicht Sinn machen, noch weiter weg zu parken? Auch hinterher wegen des Wegkommens, also nach dem Rennen, meine ich. Genau, also so, das war jetzt halt, halt noch so einigermaßen in einem Radius von der Strecke, wo sich das dann doch schon wieder ein bisschen auseinanderzieht, hinterher nach dem Rennen, wenn da diese tausenden Radsportfans mit ihren Fahrrädern auch nach unten fahren, also da gab es dann schon so ein, zwei Gabelungen, wo man dann mit dem Rad auch wegfahren konnte zur Seite, sodass das Verkehrsaufkommen da jetzt nicht mehr so super hoch war. Aber klar, natürlich versucht man dann immer ein bisschen weiter weg dann auch zu parken, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit dem Fahrrad dann selbst noch da hochzufahren. Ja, und dann habe ich mich ja selbst aufgemacht und bin dann zum Lago Cerro hochgefahren, sind dann ja gut 25 Kilometer gewesen. Und ja, der Anstieg, der hat es schon recht anspruchsvoll. Also es gab dann eine Passage, die so an so einer Galerie vorbeiführte, guten Kilometer mit über zehn Prozent im Durchschnitt. Das war dann schon happig. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, man nimmt dann ja einmal noch ein paar Sachen mit, also so zum Beispiel irgendwie was zu essen oder noch ein paar Sachen zum Überziehen, weil es da oben dann doch recht kalt ist. Und wenn man dann halt so einen Anstieg mit fünf Kilo Zusatzgewicht noch fährt, ist das was anderes natürlich, als wenn man den so im Training jetzt hochfahren würde. Es war dann schon noch mal ein bisschen anstrengend. Ich bin aber gemächlich dann da hochgefahren. Und oben konnte man dann über dem Zielbereich raus noch ein Stückchen weiter die Straße hochfahren in Richtung Colle de Nivoli. Aber nicht ganz bis nach oben, weil dann irgendwann war die Straße halt nicht mehr geräumt. Da lagen drei Meter hoch Schnee auf der Straße. Da ging es dann nicht mehr weiter. Und ja, wie gesagt, Problem an dem Tag, haben viele vielleicht auch mitbekommen. Ab 13 Uhr wurde dann der Zielbereich gesperrt. Und da durften dann keine normalen Radsportfans mehr durch das Ziel durchfahren. Und ich kam dann zurück. Und dann hat man uns da im Prinzip wie so Tiere hinter so ein Absperrgitter gesteckt, damit dann die E-Biker freie Fahrt hatten. Ja, es findet so ein E-Bike-Giro statt, ne? Also Giro E heißt die ganze Veranstaltung, ja. Und da kommen, nehmen glaube ich, so schätzungsweise 50 Fahrer teil, waren es jetzt so gefühlt, die da angekommen sind. Und die, ja, düsen dann da mit ihren E-Bikes schneller, denke ich mal, als die Profis den Anstieg hoch. Und ja, das war recht amüsant, das zu sehen. Und jetzt schneide ich an, jetzt schneide ich an, unser Kollege Hans vom Fahrradio. Also, ne, also ein von mir, also du kennst ihn vielleicht nicht so, aber von mir sehr geschätzter Kollege, war da auch bei. Der fährt den E-Bike-Giro gerade. Also, ne, ein deutscher Podcaster ist sozusagen an dir vorbeigefahren. Und hat dafür gesorgt, dass du hinter Gittern kommst. Ja, aber, ähm, wie gesagt, also ich bin, positioniere mich da mal eindeutig und sage, ich bin kein Fan davon, weil, wie wir es schon mal diskutiert haben, E-Bikes als Fahrradbewegungsmittel finde ich super, aber im Rahmen des Radsports, dem kann ich nichts abgewinnen, weil das für mich dem eigentlich die ganze Faszination dieses Sports wegnimmt. Das ist ja im Prinzip das, dass du selbst aus eigener Kraft dich mit, äh, zwei Rädern so einen Berg hochbewegst. Und wenn du dann, äh, da mit einem Elektromotor hochfährst, also, da gab es auch viele Leute, die dann, ja, da ihren Unmut geäußert haben, darüber Radsportfans am Rande der Strecke, ähm, dass sowas eigentlich ein Unding ist. Also, wenn so die, die Zukunft des Sports aussieht, dass man, dass man dann halt auch nicht mehr dabei ist dementsprechend. Und viele wollten dann halt auch einfach da wieder den Berg ein Stückchen runtergehen. War nicht möglich, weil die Strecke da abgesperrt war. Und ja, ich finde, man könnte so eine Veranstaltung, kann man ja gerne durchführen, aber dann bitte nicht im Rennen, im Rahmen des, äh, eines Radrenns. Also, weil das für mich einfach eine andere Sportart ist. Ja, ähm, ja, unterschreibe ich dir alles, aber ich finde, naja, die haben die nur aus der Not und Tugend, ne, nicht aus der Not, ja doch, aus der Not und Tugend gemacht, ne? Die müssen die Strecke eher absperren. Und wenn man so eine Veranstaltung dann machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann bietet sich das natürlich an, das da irgendwie einzubetten. Aber ich bin auch völlig bei dir natürlich, das sollte eine Randnotiz sein oder eine Randerscheinung und sollte in keinster Weise natürlich, äh, dann irgendwie... Ich sehe einfach den sportlichen Mehrwert davon nicht. Also, was, was, was ist da für eine sportliche... Also, klar, müssen die Leute auch treten, aber was steckt da für eine sportliche Leistung hinter, wenn ich da mit einem Elektromotor fahren kann? Hm, ich würde das, also, ähm, als Veranstalter würde ich sagen, äh, nee, das ist für mich auch kein Sport. Also, weiß ich nicht, müsste ich ausprobieren, ob das eine sportliche Herausforderung ist, die die da machen, ne? Vielleicht ist ja auch die sportliche Herausforderung, mit einem 25-Kilo-Rad bergab zu fahren, ne? Ist ja vielleicht auch, ne? Naja, aber diese, diese, also, die haben ja da auch Rennräder richtig umgebaut, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch so schwer sind. Die sahen auch sehr, sehr sportlich aus und bei manchen war es für mich dann auch überhaupt schwierig zu unterscheiden, ob das jetzt ein E-Bike ist oder ist das ein, ein richtiges Rennrad und, äh, da habe ich jetzt auch so langsam immer so ein bisschen, also... Paraneuer! Ja, hat es mir, hat es mir so ein bisschen den, den Spaß an der Freude am Rennradfahren verdorben, wenn ich dann manchmal überlegen muss, jetzt auch im Training oder den Hintergedanken habe, gut, der könnte jetzt ein E-Bike haben, der mich da gerade überholt. Ah, das sehe ich aber, also, ich weiß, was du meinst, aber das sehe ich halt völlig entspannt, ne? Wenn mich einer überholt, kann das ja auch daran liegen, dass der einfach Millionärsohn ist und viel mehr Zeit hat zu trainieren als ich. Ja, aber diese ganze Umrüstung auf Elektro-Sachen ist natürlich auch, ja, das, das, das streut immer mehr auch die Zweifel, dass sich das Ganze immer mehr vermischt, auch mit dem Rennrad-Profisport und ich finde, das sollte man strikt trennen. Ja, man könnte das ja, so eine Veranstaltung dann durchaus als, man muss das ja nicht, eine RTF ist ja auch was anderes als ein Rennen, ne? Man könnte es als RTF deklarieren, denn das ist kein Rennen oder, oder man könnte es als gemeinsame Ausfahrt, man könnte auch einfach es als touristische Ausfahrt im Rahmen des Giros deklarieren, ne? Dass sozusagen auf der Strecke der Profis auch gefahren wird, vielleicht die Hälfte der Strecke oder ein Drittel der Strecke oder nur die signifikanten oder interessanten Teile der Strecke, ne? Und ist so jedermann, im Sinne von wirklich jedermann, möglich machen, mal diese Strecke zu fahren, ne? Ob das jetzt mit dem Auto dann passiert oder auf dem Motorrad oder auf dem E-Bike, das ist ja dann im Prinzip nur noch ein Unterschied, wie nah man dem Radsport als solches kommt. Ja, aber wie gesagt, ich fand es sehr schade an dem Tag für die Leute, die sich dann wirklich da mit einem Rennrad ohne motorische Unterstützung den Berg hochquälen wollten und dann mal der Zielbereich abgesperrt war für die und die nicht die Möglichkeit hatten, dann da auch das Zielbanner zu durchfahren oder dann ein Stückchen höher hinauszufahren, weil für diese E-Biker das die Straße gesperrt war. Ja, ja, da bin ich ja, das unterschreibe ich dir so, wie... Da konnte ich dann auch den Unmut der Leute verstehen, die da neben mir in diesem Gitter eingesperrt waren. Ja. Ich fände es halt, ne? Stell dir mal vor, du könntest dir, also jetzt mal abgesehen von den Mengen Geld, die dir und mir auf gar keinen Fall zur Verfügung stellen, es wird ein touristisches Angebot geben, du könntest sozusagen jeden Tag die Highlights der Etappe der Tour de France in so einem, du machst eine Rundfahrt, ja? Das heißt, ein Reisebus mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Leuten und du könntest jeden Tag die Highlights der Tour de France, ähm... Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben, wir mussten kurz unterbrechen, ähm, genau, es war hier mein touristisches Programm, was ich da ging. Stell dir vor, du könntest die Etappe, die komplette Tour de France mitfahren, ja? Ja? Und hättest die Möglichkeit, jeden Tag die Highlights der Etappe, äh, mitzufahren plus Berichterstattung danach im Zielbereich, ja? Das heißt, du könntest bei den Etappen über Kopfsteinpflaster, würdest du über Kopfsteinpflaster und du hättest jeden Tag dein normales Rennrad da stehen, du hättest ein I-Rennrad und du hättest ein Motorrad, ne? Und das ist jeden Tag, jetzt mal abgesehen davon, dass du und ich, glaube ich, du kannst auch kein Motorrad fahren, ne? Also so richtig Motorrad fahren. Also eine Vespa, 50 kmh, die würdest du dir, glaube ich, auch zutrauen, so genauso wie ich, die zu fahren. Ähm, hättest jeden Tag die Möglichkeit, unter diesen drei Mobilitätskonzepten zu entscheiden und du könntest auch während der Etappe hin und her wechseln. Das wäre ja schon cool. Also, und dann hättest du die Möglichkeit, an dem einen Tag, wo irgendwie, keine Ahnung, drei Alpenpässe auf dem Tableau stehen, die du dir zutraust, würdest du die drei mit dem Fahrrad fahren und würdest am nächsten Tag dann die, keine Ahnung, nächsten drei Alpenpässe, sagst du einfach, nee, schaffe ich dich zwei Tage hintereinander, könntest du dann mit dem E-Bike mit Unterstützung einfach auch schaffen. Das wäre doch jetzt als touristisches Angebot, abgesehen von dem kleinen Geldproblem, was es zumindest bei mir wahrscheinlich verhindern würde, wäre das ein interessantes Konzept. Ja, vielleicht für Leute, die nicht so sportlich ambitioniert unterwegs sind, aber ich persönlich würde das für mich nicht. Ja, aber du könntest ja nicht jeden Tag die ganze Tour, also du könntest ja nicht die Tour de France mitfahren in den drei Wochen. Ja, aber dann würde ich ja gleich irgendwie den Scooter nehmen und dann, weil ansonsten hat es für mich ja immer, also das ist ja für mich keine sportliche Leistung, auf die ich dann stolz bin. Ja, aber der Scooter wäre dann so die, 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 die komplette Fahrrad. Das fahre ich dann ganz motorisiert, entweder oder, also halbe Sachen würde ich dann nie machen. Okay. Ich weiß es nicht, ob das nicht dann der Moment wäre, wo ich sagen würde, okay, ich schaffe das heute nicht alleine, dann nehme ich halt erstmal das E-Rad, weil es dann zumindest dem am nächsten kommt. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann derjenige wäre, der es auch nehmen würde. Ja, aber ich, wie gesagt, ich könnte dann nicht ruhigen Gewissens mich schlafen legen, wenn ich dann mit einem Motor durch die Gegend fahre an meinem Fahrrad. Ich würde es ja nicht als sportliche Leistung deklarieren. Das wäre für mich ja keine sportliche Leistung, sondern das wäre einfach ein Nachfahren der Strecke, ob ich dann ein Motorrad nehme oder ein E-Bike. Klar, logisch, aber es ist dann immer die Frage, ob das, wie das dann verkauft wird vom Veranstalter, ob man dann sagt, oh toll, sie sind selbst die Etappen der Tour de France gefahren, oder ob man dann das ausgliedert und das dann als Privatperson macht. Ja, 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 total. Klar, also das wäre mehr so ein touristisches Angebot im Sinne von... Ja, aber beim Giro E ist es dann ja wieder was anderes, weil das sozusagen als sportliche Leistung versucht wird zu verkaufen. Dafür habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt. Ja, und das ist so ein bisschen das, was den Leuten dann auch sauer aufstößt. Ja, ja, also... Aber gut, noch vielleicht zwei Sachen zu diesen E-Bikes. Ja. Zum einen war ich erstaunt tatsächlich, als die dann da alle hochfuhren, dass man dann ja wirklich kaum einen Unterschied zu einem Rennrad sieht. Aber zum anderen habe ich mich dann gewundert, dass dann doch bei den meisten, die dann da so lang fuhren, auch mit diesen umgebauten Rennrädern, zumindest noch so ein leichtes Surren zu hören war immer. Okay. Also das scheint dann also dann doch wieder nicht ganz wegzukriegen sein. Also von daher glaube ich auch jetzt diese Motordoping-Geschichte sich da doch etwas als Nebelkerze entlarvt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas dann mal gegeben hat, wenn es dann doch so laut ist. Aber dann hatte die Sache ja für dich doch einen Mehrwert. In gewisser Weise schon, ja. Aber das andere, was ich mich gefragt habe, weil da war jetzt keiner dabei, der da jetzt nicht mit elektrischer Unterstützung zum Schluss noch gefahren ist, wie lange reicht denn da überhaupt der Akku? Also können die dann die ganze Etappe da mit dem Motor fahren oder müssen die auch mal selber treten dann? Du, das bringe ich für dich in Erfahrung. Das frage ich den Hans einfach. Ich denke, das sollte kein Problem sein. In einer der folgenden Folgen werden wir das mit Sicherheit... Also ich kann ja definitiv die Folge, die nehmen ja mit Sicherheit, haben schon oder werden eine Folge aufnehmen dazu. Aber ich werde jetzt dezidiert die Frage dem nochmal stellen. Und wie ich ihn kenne, wird er uns da auch per Audio mit Sicherheit eine kurze Rückmeldung zu geben. Das muss man dann nochmal genau dezidiert sagen, zu welcher Etappe es da genau ging. Aber das sollte kein Problem sein. Der wird mit Sicherheit auch irgendwie so ein Strava-Daten davon haben oder so. Also das in Erfahrung zu bringen, halte ich für ein sehr leichtes Problem. Sehr leicht zu lösen, das Problem bleibt. Ja, aber dann an der Strecke. Also konntest du dann aber überhaupt was an der Strecke sehen? Ja gut, irgendwann kam dann ja auch mal der Schlusswagen von diesem Rennen. Das war so gut 14, 15 Uhr irgendwann. Und dann hatte ich dann beim Hochfahren schon eine gute Position gesehen, wo man sich dann hinstellen konnte. Das war so zwischen drei und zwei Kilometer vor dem Ziel. Das war so ein bisschen, ja, stand man dann da wie die Indianer, die irgendwo ausschauen, nach Feinden halten. Kamen aber keine Cowboys, sondern der Trost des Giro d'Italia. Und man konnte dann so drei, vier Kilometer die Serpentinen den Berg runter ins Tal gucken. Das war richtig cool. Und davon haben wir dann auch ein schönes Foto. Und ja, da kam dann, saß man dann da, hat gewartet, gewartet. Und dann kamen ja nach und nach auch irgendwann dann die Fahrer. Und das, ja, die sahen alle dann auch schon recht mitgenommen aus, möchte ich so sagen. Das war am Freitag, richtig? Genau, das war am Freitag die Etappe. Und spannend zu sehen dann auch hinten in Sachen Gruppetto, dass beispielsweise Pascal Ackermann, der war an dem Tag noch vor dem Gruppetto rumgefahren. Also der ist nicht mit den letzten Fahrern dann hochgefahren. Und die Fahrer mussten ja auch, wie du schon gesagt hast vorhin, dann selbst mit dem Fahrrad noch einen Transfer zurücklegen, weil die ja ihre Teambusse nicht oben parken konnten am Lagos de Rue, sondern die hatten die weiter unten. Die mussten alle, oder die meisten sind dann mit dem Fahrrad auch wieder die Abfahrt runtergefahren, natürlich durch die ganzen Hobbyfahrer durch. Aber ganz interessant dann auch, viele hatten dann halt so Trillerpfeifen, womit die die Hobbyfahrer zur Seite gepfiffen haben. Ah, okay. Stimmt. Besser als ein Klingel dran montieren, ne? Aber gut, da gab es dann natürlich auch so manche Hobbyfahrer, die dann versucht haben, da bei den Profis hinten dran zu bleiben. Aber das ist schwierig. Ja, vor allem würde ich niemals mehr auf die Idee kommen, ne? Also nicht nur, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich auch immer Schiss hätte einfach mal, dass ich hinter derjenige bin, der Simon Jets abgeräumt hat. Also okay, der wird wahrscheinlich nicht so runtergekommen sein. Aber, oder ich bin dann derjenige, der den besten Helfer von Primoz Roglic abgeräumt hat. Dummer deutscher Fahrer, räumt Helfer ab. Überschrift in der Bildung. Naja, es gab ja mal bei der Tour de France 2006 in Alpe d'U.S. war das, glaube ich mal, so ein Unfall zwischen Patrick Sienkewitz und so einem Hobbyfahrer. Ja, also, ne, wer ich ja prädestiniert, ich hab ja, ich bin ja mal in einem komplett anderen Kontext durchaus mal mit Nationalmannschaftsfahrern mal auf einer Strecke gewesen. Und das Einzige, was ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte kein Umfahren, bitte kein Umfahren, war nur im Nicht-Straßensport, sondern im Cross. Ich briss mir noch mal ganz kurz die Nase, eine Sekunde. Vielleicht erzählst du uns in der Zeit mal, wie du dann wieder heimgekommen bist. Also, oder? Ja, und dann war ich dann auch irgendwie eine Stunde später oder nachdem dann die letzten Fahrer, also Disco Petto, der langgefahren war, auch wieder beim Auto und hatte dann echt Glück, weil danach bin ich dann, hatte ich auch noch einen Transfer von gut, ja gut über 100 Kilometer, also fast zwei Stunden waren das dann vor mir mit dem Auto, um zu meinem nächsten Hotel in der Nähe von Courmayeur, dem nächsten Zielort zu kommen und hatte dann Glück, weil just oder fünf Minuten, nachdem ich in das Auto eingestiegen war, fing es an zu schütten und ich saß dann schon im Trockenen und bin dann da über die Autobahn dahin gefahren und dann bin ich auch sehr lange hinter dem Sunweb-Teambus hinterher gefahren und habe da auch diverse andere sportliche Leiterautos gesehen und, ja gut, dann nächster Tag ähnliche Spiele, nur da hatte ich... Darf ich noch ganz so nass ins Auto steigen, ne? Also auch nicht so schlecht nur die Möglichkeit haben, sich umzuziehen, alles klamm und so, das ist auch wirklich die Hölle, habe ich einmal gemacht oder kann mich an einmal erinnern, das war wirklich unschön. Ja, wie gesagt, also ich hatte dann noch Glück, dass es dann wirklich so getimt war, dass es dann anfing zu regnen, als ich schon im Auto saß, aber da waren dann natürlich viele Hobbyfahrer noch, die dann da das Tal gefahren sind, die dann pitchpatsch nass wurden und viele haben dann auch, mussten dann an der Seite anhalten, weil es so stark geregnet hat. Ja, boah, unschön. Ja, und dann dem nächsten Tag war dann die Etappe nach Courmayeur und da hatte ich dann den Vorteil, ich hatte mein Hotel in einem Ort da ganz in der Nähe und da konnte ich dann das Auto am Hotel stehen lassen und bin dann, das waren nur so gut 20 Kilometer bis zum Gipfel des Coles San Carlo, bin dann mit dem Rad da hingefahren und, ja gut, habe auch wieder den Anstieg in selbst gefahren. Gut eine Stunde bin ich dann hochgefahren zum Vergleich, also ich glaube die Bestzeit von Basso damals sind gut 35 Minuten, aber ich bin dann auch recht entspannt da. Der hatte auch keine Warnschlamotten dabei. Das stimmt, ja. Da hochgefahren, also das ist schon ein ordentlicher Kanten der Coles San Carlo, also 10 Kilometer mit fast 10 Prozent, aber das Tolle daran ist, es ist sehr gleichmäßig, also nicht wie der Mortirolo beispielsweise so ruppig, das ließ sich dann einigermaßen gut fahren, zumal man da auch den Asphaltbelag größtenteils jetzt erst erneuert hatte, wie so oft, wenn der Tirol da lang kommt, ließ sich das sehr gut fahren und dann, na, hatte ich mir auch ein schönes Plätzchen gesucht, so 900 Meter vor der Bergwertung, wo noch relativ wenig los war und, ja, habe es mir dann da bequem gemacht und dann ein bisschen die Straße verziert und, ja, musste dann auch wieder noch gut drei Stunden auf die Fahrer warten. Ja, da hat irgendjemand auch wieder Wille Home Podcast irgendwo auf die Straße geschmiert, da in der Nähe, wo du standest, ne? Also, wir wissen natürlich nicht, wer das war und möchten dazu auch nicht aufrufen, aber war ein schönes Bild zu sehen in der Übertragung, auch vor der Glotze sozusagen. Ja, aber das ist halt auch dann so ganz lustig, was die Leute dann teilweise auf die Straße malen, zum Beispiel auf der Etappe nach Como, war im letzten Aufstieg so eine Chemieformel aufgemalt, das war einfach die Formel für Laktat. Also, da gibt's dann die buntesten Sachen, also, was die Leute dann auf die Straße schreiben. Aber gibt's ja auch dann ganz verrückte Fans, also zum Beispiel, da ist dann auch, hatte ich dann auch immer in der Instagram-Story, so ein Koch, also mit einem richtig, so einem Kochkostüm, den Berg hochgefahren mit einem Fahrrad, das bestimmt 25 Kilo schwer ist und ohne Motor. Also, der wurde dann, war der Held der Zuschauer an dem Tag. Ja, ja, klar. Also, so ruht man sich seine 50 Minutes of Fame auch vielleicht. Und wie ist das denn für dich an dem Moment, wenn die Fahrer vorbeikommen? Na, das Erste natürlich, also, da begreift man ja auch erstmal die Dimension, wie groß dieses Radrennen überhaupt ist, wie viele Begleitfahrzeuge da mitfahren, wie viele Sicherheitsmaßnahmen da nötig sind, wie viele Polizeimontorräder und auch wie viele Krankenwagen da überhaupt in dem Trost dabei sind. Das Erste, was ja immer kommt, ist diese Werbekarawane. Die schmeißen aber nicht wie bei der Tour de France irgendwie was raus, sondern die machen einfach nur Werbung. Oder aber, da gibt's dann immer so Sprinter, da kann man dann für 10 Euro diesen Lupo kaufen. Also, das ist ja dieser Wolf, das Maskottchen des Giro, aber das macht ja kaum jemand. Also, 10 Euro für so einen blöden Wolf ausgeben, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Und, na, dann kommt halt als nächstes dann diese Vorausmotorräder und dann das Erste, was man so mitbekommt vom Rennen, ist eigentlich der Hubschrauber, der dann irgendwann kommt und dann, ja, nach und nach die Vorausfahrzeuge und dann haben schon die Fahrer vorbeigedüst und das war schon immer wieder beeindruckend zu sehen, mit was für einem anderen Tempo die da nochmal hochfahren. Ja, naja, ist halt der Job, das sind halt Profis. Aber das, ich finde, also für mich bist du halt Profi-Fan, weil du gehst das so generalstabsmäßig geplant an und das ist halt Profi-Fan, klingt gar nicht schön, aber so ist es halt gemeint. Weil irgendjemand, hatte ich gesehen, hat halt unter deine Facebook-Bilder da irgendwie geschrieben, das sind die Fans, von denen der Radsport lebt und das kann man so gar nicht dick genug unterstreichen. Also, und das Internationale da auch, ne? Also du wirst da mit Italienern und Holländern und Engländern oder was weiß ich, wie immer alles am Straßenrand stehen und alles im Frieden. Ja, das ist ja das Schöne, also da waren jetzt auch beispielsweise, habe ich auch viele baskische Fans gesehen, die extra aus dem Baskenland angereist waren, auch mit spanischen Kennzeichen dann. Also, die haben diesen weiten Weg auf sich genommen, nur um da Lander anzufeuern. Also, das war schon echt gigantisch und das sieht man ja sonst bei anderen Sportarten häufig nicht so, dass es da keine Spannungen gibt, sondern sich da alle gut verstehen. Und es gibt ja auch eigentlich keine andere Sportart, bei der du so nah an die Fahrer oder an die Protagonisten auch rankommst. Ja, wie es bei der Höhlentour gesagt wird, der Fahrer kommt zu dir, ne? Ja, du musst keinen Eintritt bezahlen. Genau. Und es ist halt auch nicht nur so, dass da eigentlich nur Radsportfans sind, sondern es ist einfach, der Giro ist ein großes Volksfest. Also, man muss sich das so vorstellen, der kommt ja nicht jedes Jahr durch deinen Ort und für die Ortschaften, die wissen das schon weit im Voraus und die tun alles dafür, dass das Rennen da dementsprechend gefeiert wird. Also, die schmücken den Ort und alles wird in rosa getaucht, die Straße wird neu gemacht und das, ja, und es kommen dann halt auch, ja, viele, viele Leute da mit den Berg hoch, beispielsweise, die einfach dieses Fest genießen wollen. Ja, im Prinzip sollte jeder, der sich überlegt, mal zu einem Giro oder zu einer Tour-Etappe, wo es zur Welt hat, Etappe fahren, sich einfach diese letzte Viertelstunde anhören. Ich glaube, wer dann keinen Bock bekommt, der hat halt auch kein Radsportherz. Ja, und man lernt dann auch, auch ja auch viele interessante Leute kennen. Also, beispielsweise, das war ganz lustig, ich bin dann, hatte dann diesen, kennst du ja diese kleinen Fahrradrucksäcke? Da hatte ich halt noch so einen vom Ötztaler Radmarathon und den hatte ich dann halt dabei und da haben mich alleine, glaube ich, fünf Leute darauf angesprochen, an denen ich vorbeigefahren bin, ob ich dieses Rennen gefahren war und bin dann mit denen auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ja, und Radsportler sind, also, die meisten sind ja auch recht kommunikativ und da kommt man ja, man hat ja auch, man hat einen Anknüpfungspunkt einfach. Also, jeder liebt das und du musst ja nur an irgendeiner fährt an dir vorbei und du, so wie ich heute Morgen mit dem alten Herrn, wahrscheinlich, wenn ich dran vorbei spaziert gewesen wäre, hätte ich ihn ansprechen können auf sein Fahrrad und schon hätte man ein Gespräch gehabt, auch wenn es ein Pinarello E-Bike gewesen wäre. Man hat ja Anknüpfungspunkte. Was dann natürlich auch noch sehr glücklich war, war an dem Tag, ja, relativ glücklich war das Wetter, weil zwischendurch hat es mal kurz geregnet, aber, ja, da hatte ich zum Glück einen Regenschirm dann auch dabei und stand an der Strecke und war nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Aber dann zurück, musste dann ja wieder den Berg runter und diese Abfahrt nehmen, was natürlich, also, da kann ich auch nur allen raten, die sich mal selbst das angucken, extrem vorsichtig zu sein, weil da fahren, ja, tausende Leute diese, diese Abfahrt runter und das ist halt extrem schnell. Man muss sich da dementsprechend, ja, auf Sicherheit fahren und zwischen den ganzen Autos auch durchstängeln und die Abfahrt runter vom Colle San Carlo wieder, da war es dann noch trocken, aber just in dem Moment, als ich unten in dem Ort angekommen war, fing es wie aus Eimern an zu schütten und dann musst du halt noch die letzten fünf Kilometer durch den Regen zurückfahren. Das war das einzige, der einzige kleine Wermutstropfen. Mei, ich sag mal, du warst von Donnerstagmorgen bis Samstagabend, nee, doch Samstagabend unterwegs oder vielmehr Sonntagmorgen dann unterwegs. Ich hab jetzt die Rückfahrt mal kurz ausgeklammert. Das der einzige Wermutstropfen war. Ich denke mal, dann bist du... Ja, und die Vorhersagen waren ja, waren ja ganz anders. Also, ich hatte überlegt, überhaupt zu fahren, weil das Wetter, die Wetterfeuersäge so schlecht war und dann am Ende war es dann doch sehr schön. Und das Kuriose war ja auch noch, ich hatte mir ja dann auch noch einen Sonnenbrand sogar geholt. Also war irgendwie acht Tage auf Mallorca, hab mir keinen Sonnenbrand geholt, nur dann irgendwie vier Stunden auf 2000 Meter Höhe, dass ich mal auch mal, wie die Sonne da brennt. Ja, auf jeden Fall. Ach, und als zu Hause angekommen, Sachen in die Ecke geschmissen, erst mal ausgeschlafen und dann eine Post-Giro-Depression oder direkt am Sonntag vor der Glotze einfach mal sich so das Methadon für den kleinen Mann geholt. Ne, also ich musste dann ja erst mal noch, das war ja überhaupt das Kunststück, die zwei Etappen nachholen. Also ich hatte die ja nur abschnittsweise dann auch gesehen und beziehungsweise nur im Live-Ticker vorher gesehen und das, wo die Fahrer selbst vorbeigefahren sind. Das heißt, du hast dir am Sonntag die Etappe von Freitag und Samstag noch angeschaut, bevor die Sonntagsetappe kam. Nur die vom Samstag und die vom Freitag, da bin ich jetzt noch nicht ganz zu Ende. Das ist schon ein bisschen irre, oder? Sagen wir mal ehrlich. Ja klar, also ich habe ja jetzt auch glücklicherweise in der dritten Woche, wie sich das gehört, Urlaub genommen und da kann ich dann ja sowas, mich den ganzen Tag mit dem Giro beschäftigen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Und es gibt wirklich wahrlich beklopptere Ideen. Möglichkeiten, um die Zeit zu verbringen. Ja genau, um die Zeit tot zu schlagen. Machen wir mal, wollen wir es mal offen sagen, wie es ist? Wir wissen noch gar nicht genau, wann wir das nächste Mal aufzeichnen können. Es sind jetzt mehrere Möglichkeiten schon in Betracht gezogen worden, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, wir haben heute Montag, so viele Etappen sind auch nicht mehr, die können wir einfach jetzt noch mal so im Galopp durchgehen, sozusagen, was uns noch erwartet und dann vielleicht auch noch mal so kurz darüber sprechen, wer jetzt so nach aktuellem Stand das Ding wohl nach Hause fahren wird. Oder wer irgendwie völlig aus der Asche kommen wird und das Ding abschießt. Möchten wir auch nicht ganz ausschließen. Ich habe meine Sitzposition gerade noch mal etwas verändert. Ja, also morgen geht es ja dann weiter. Im Prinzip war ja geplant, dass morgen die Königsetappe ist mit Gavia und Mortirolo. Fällt jetzt aber zumindest der Gavia flach, da man da oben nicht für die Sicherheit der Fahrer in der Abfahrt garantieren konnte. Also fand ich jetzt eigentlich auch ganz gut, dass man da auf die Sicherheit der Fahrer geachtet hat. Dafür hat man aber einen anderen Anstieg nach Civo eingebaut. Auch elf Kilometer mit gut sechs Prozent im Schnitt macht die Sache nicht unbedingt leichter, weil der Mortirolo ist immer noch ein Monster, also eine der schwersten Alpenpässe und da wird es wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung in Richtung Gesamtwertung geben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das auf der Etappe, auf der Grafik vom Giro, ist das schon geändert worden? Oder zumindest bei Pro Cycling Stats, wo ich jetzt unterwegs bin, ist der neue Anstieg schon drin. Okay. Naja, so oder so, genau, also der Anstieg zum Monterolo wird morgen einer der Scharfrichter des Gyros werden und danach wissen, also ich tippe mal, morgen, morgen Abend können wir es zumindest schon mal auf drei, vier, fünf, drei, drei bis vier Fahrer maximal reduzieren. Ja, zumal, also wir haben es oft genug gesagt, nach einem Ruhetag, das ist was ganz Besonderes, also was Spezielles und wenn du halt siehst, es geht vom, wie soll man sagen, vom Start weg, berghoch, also da werden sich die meisten auf der Rolle natürlich warm fahren, aber wenn da, da wird schon vom Start weg, da wird es nie irgendwie langsam werden. Ne. Und es gibt ja auch genug Leute, ich gucke jetzt mal insbesondere Richtung Mitschliffen und Scott, die irgendwann mal anfangen müssen, wenn sie noch ihr Versprechen von vor dem Giro wahr machen möchten, dass der Sieg nur über sie geht. Ja, und wir haben es gesagt, also, na gut, das besprechen wir vielleicht nochmal, nachdem wir jetzt die Etappen durchgegangen sind, wie die Taktik dann aussieht. Die Etappe vom Mittwoch ist so eine Etappe, da kann viel passieren, kann aber auch überhaupt nichts passieren, Genau, 181 Kilometer nach Antolz, kennen die meisten ja vom Biathlon, wo es dieses supermoderne Biathlon-Stadion gibt, aber zum Schluss dann nochmal ein ordentlicher Anstieg nach Antolz hoch, das zieht sich halt ewig auf 1630 Meter, 9 Kilometer mit 5,7 Prozent, aber wenn du da auch einmal abreißen lassen musst, dann kann es auch ordentliche Zeitabstände geben. Ich habe dazu jetzt gelernt, dass es ultramoderne Biathlon-Stadien gibt, ich wusste nicht, weil es ein Biathlon-Stadion überhaupt gibt. Ja, ist so eine Etappe, ich würde jetzt in der ersten Woche auf so eine Ausreise-Etappe tippen. Ich möchte mich eigentlich wiederholen zu dem, was ich zu der Etappe davor gesagt habe. Irgendwann muss man anfangen, die Minütchen rauszupacken und das wäre auch so eine Gelegenheit, wo man jetzt, ja, ich weiß nicht, also Simon Yates wird man nicht wegfahren lassen, aber Simon Yates könnte zumindest an diesem Tag am letzten Anstieg sich nochmal so 10, 15 Sekunden rausholen. Ja, aber auch der Anstieg davor, also man sieht zwar nur zweite Kategorie, aber 6,6 Kilometer mit 7,4 Prozent, das wäre bei der Tour de France ein Erstkategorie-Berg. Ja, aber ich glaube, der ist noch zu weit weg vom Ziel. Also ich glaube nicht, dass man über diesen Berg, den du da jetzt ansprichst, dass man da drüber fährt, sich da von den anderen Favoriten distanzieren kann, zumindest nicht ein Nibali, ein Yates oder ein Landa und dann da rein und ein Stiefel. Nö, aber bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, um eine Abschussrampe zu bauen. Ja, die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, wäre, dass man vielleicht einen abhängt, also dass man sagt, okay, man fährt jetzt mit vier, fünf Favoriten, sieht Heiden, Roglic oder ein Nibali in Schwierigkeiten und dann gemeinsam schon mal wieder einen aus der Rechnung rausnimmt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da passieren kann. Ja. Ja. Während du schon mal was zur Etappe Nummer 18 sagst, kann ich nochmal hier die Nase putzen. Danke schön. Ja, am Donnerstag schon angesprochen, die letzte Möglichkeit für die Sprinter jene besagte Etappe Valda-Ora nach Olang, Santa Maria di Sala, 222 Kilometer ein richtig langer Tag und ja, am Anfang ist es noch so ziemlich wellig, geht aber tendenziell eigentlich den ganzen Tag bergab, dass man irgendwann dann auf 14 Meter oder 11 Meter über Meereshöhe nur noch ankommt und wie gesagt, also ich denke, es wird sehr schwierig, da eine Sprintankunft herbeizuführen, weil die Mannschaft Bora-Hansgrohe müsste im Prinzip diese gesamte Etappe, also 222 Kilometer irgendwie versuchen, das Feld zusammenzuhalten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Das wird vor allen Dingen, glaube ich, mal eine der schnellsten Etappen, die der Giro über 200 Kilometer, also eine 200 Kilometer Etappe mit einem der schnellsten Durchschnitte, die man hier gesehen hat. Wenn die noch Rückenwind vielleicht haben, je nachdem, in welche Richtung die fahren, kannst du da richtig... Ja, dann muss sich sicherlich dann einige überlegen, 55er Kettenblatt zu montieren. Ja, auf jeden Fall, zumindest die, die vorne mit rumfahren werden. Das ist die Etappe vom Thursday, Donnerstag. Ja, und dann sind es nur noch drei Tage, nur noch drei Etappen. Treviso nach San Martino de Castrosa. Im Prinzip kann man die... findet die Etappe einmal statt bis Kilometer 116. Welliges Profil fast, also mit mal hier einem Anstieg, mal hier 500 Höhenmeter, mal dort irgendwie so um die 200 Kilometer, also nichts wirklich Entscheidendes und dann geht es einfach noch mal so 30 Kilometer mehr oder minder stark bei Lauf und da ist, ich glaube, das wird so eine Situation, wo man hinterher oder vorher sagen kann, das wird entscheidend, was die Fahrer aus diesem Anstieg machen. Ja, ich denke, da wird sich alles auf den Schlussanstieg fokussieren und ich denke, ja, da könnte es aber schon am Ende der dritten Woche auch noch Abstände geben. Muss es, ne, also, weißt du, wir wissen nicht, wie es dann zu der Zeit aussieht, aber, wenn, also, das Warten ist vorbei an der Stelle, ne, wenn du noch dich verbessern willst, dann musst du an diesem Tage schon mal, schon mal noch ein paar, eine Schippe drauflegen, finde ich, ne, also auch wenn das jetzt nicht so der super Hammerberg ist, ähm, du musst einfach, wann willst du sonst die Zeit rausfahren noch, ne, also, sei denn, du bist jetzt, bitte, im Zeitfahren oder am nächsten Tag. Ja, ja, ne, aber das sind, ich finde immer, äh, ich finde immer, man kann sich so schlecht drauf verlassen, ich irgendwann mal, ne, ich hab ja noch den Tag, ich hab ja noch den Tag, ich hab ja noch den Tag, irgendwann hast du mal zu lange gewartet und aufs Zeitfahren kann sich halt ein Roglic vielleicht verlassen, auf ein Zeit, ne, der mag sich darauf, also, der ist jetzt nicht in der Situation, äh, viel rausfahren zu müssen, zumindestens wenn, so wie es so bei Menschheit und am Samstag dann, also die Etappe, äh, von Feldtrain nach, kann ich nicht aussprechen, Avena, Proce da une monte Avena, äh, si, ähm, ja, das ist einfach dann Radsport, äh, wie man ihn nicht besser finden könnte, hoffe ich. Ja, aber im Prinzip musst du, ähm, das Rennen schon am, am zweiten Berg zum Explodieren bringen, am Passo Mangen, was übrigens jetzt auch die Chima Copy ist, also, dieser Sonderpreis, nachdem der Gavio raus ist, mit 2020 Metern Höhe, ähm, zweithöchste Punkt des Chiros nach dem Lagos Ceru, weil, nämlich danach, dieser Passo Rolle, der ist zwar extrem lang, aber nicht sonderlich schwierig und auch dieser Schlussaufstieg nicht, also, da musst du das Rennen schon am zweiten Berg richtig, richtig hart machen, was für uns Radsport, Zuschauer natürlich sehr spannend wird. Oder, was ich, äh, was ich auch sehe, ähm, ja klar, also du hast recht da mit dem, äh, diese Abfahrt, nach der Chima Copy, das könnte auch so ein Ding sein, wo ich so Nibali, äh, da wirklich Vollgas runterbrettern sehe. Klar, wir haben es ja jetzt schon, äh, auf der Etappe nach Como gesehen, wenn er die Differenz nicht im Anstieg rausfahren kann, und im Flachen nicht, im Zeitfahren nicht, dann musst du es halt in den Abfahrten probieren. Gute Möglichkeit. Und da hat Nibali, wenn er in guter Bergform ist, dann hat er aber an diesem Tag auch mehrfach die Möglichkeit, seinen Abfahrt, insbesondere sehe ich da, die, ich kann es hier im Dunkeln, also ich sehe mittlerweile im dunklen Raum, passt so, wie spricht man es aus, Rolle, 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 Rolleberg, vom Rolle, vom Rolle, vom Rollerberg, ähm, die Abfahrt scheint mir dann auch ja lang genug zu sein, als dass man mit, äh, Abfahrttalent und vielleicht der nötigen Schwierigkeit da vor Ort auch einiges wegmachen kann. Also ich sehe, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich Nibali diese Etappe oder diesen Tag schon wirklich, äh, so oft in seinem Kopf durchgefahren ist. Ich, äh, ich glaube, und da machen wir jetzt vielleicht auch schon mal den Sprung nach vorne, ich glaube, dass an diesem Tag, äh, so wie es im Moment aussieht, ähm, tippe ich darauf, dass Nibali an diesem Tag den Giro gewinnt. Ja, mit Sicherheit die Leute, oder wenn da, ähm, soll man so sagen, Movistar noch Zeit braucht oder Nibali das Blatt noch wenden will, dass die All-In gehen, also dass die mit einer Aktion auch ihren Podiums-Risk, äh, Platz aufs Spiel setzen würden. Ja. Entweder es klappt oder nicht, stirb oder, friss oder stirb. Hopp oder topp. Heu oder oi. Ähm, gar was anderes gibt's nicht, ne? Also Sonntag ist so ein Tag, den, äh, Samstag ist so. Ja, das Einzelzeitfahren, Verona, Verona, was dann in dieser, äh, in diesem Amphitheater, in diesem Stadion endet, ähm, wird spektakulär anzuschauen sein, aber 17 Kilometer mit einem Berg drin, dann auch schwierig einzuschätzen, was dann jemand an Vorsprung auch beim Primoz Roglic beispielsweise braucht, um das Ding nach Hause zu bringen, also, finde ich, ja, finde ich aber ein bisschen, also, je länger ich drüber nachdenke, oder, oder aus der Situation, die wir im Moment da haben, finde ich zusehends, dass es dieses Einzelzeitfahren am letzten Tag deplatziert ist. Naja, also, es hält gerade noch die Spannung drin, im Giro. Ja, aber nur noch diesen einen Tag und den kannst du auch knicken eigentlich. Also, ich fände eigentlich cooler, wenn wir nach dem Tag das Gesamtklassemoor stehen hätten. Na gut, also, da haben wir ja schon mal lange drüber diskutiert, auch ewig bei dieser Chance, die See-Etappe. Ja, ja, ja. Und Zweck der Geschichte, da werden wir, glaube ich, nie mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist aber was anderes. ich finde, dass ich, also, für mich ist das wirklich so, äh, eine fantastische Etappe. Und, stell dir mal vor, also, Nibali, was liegt da gerade zurück auf Roglic? Ich glaube, 1,47? Nee. Eine Minute genau. Eine Minute genau, stimmt da. Roglic liegt auf sie versichern. Der liegt eine Minute zurück. So, ich sag mal so, wenn Nibali einen guten Tag hat an dem Samstag, wofür ich ihm wirklich ganz fest die Daumen drücke, und Roglic nicht den allerbesten, Tag, was ich nicht hoffe, aber durchaus ja passieren kann, dann kann, würde es uns beide jetzt nicht wundern, wenn Nibali über diese Minute noch eine zweite oder dritte Minute hinaus rausholen könnte, ne, wenn's so läuft. Ja, dass also am Ende dieses Tages, äh, Nibali damit, sagen wir mal, zwei Minuten Vorsprung auf Roglic da steht. Und der hat sich episch dadurch gekämpft und hat sich in Feind geliefert und hat mit einem Lander am Hinterrad und weiß der Geier wem noch, alles, sie hat uns wirklich den, also, hat uns das geboten, was wir uns gesprochen haben, ja. Und dann wird er am letzten Tag dann doch wieder um zwei Minuten eins distanziert von Roglic, der dann natürlich völlig berechtigterweise der Gewinner ist, aber wird Nibali auch so ein bisschen um die Früchte seiner Arbeit dargebracht. Das finde ich aber schade. Das ist das, das weiß man ja vorher, aber zwei Minuten wird er keiner in dem, von den Favoriten in dem letzten Zeitfahren verlieren. Also ich sage jetzt mal so, du brauchst, um sicher zu gehen, auf Roglic eine Minute 30 vor dem letzten Zeitfahren. Und das ist so, ja, schon, da ist, da sehe ich auch für, jetzt Nibali und Roglic sich nicht gegenseitig, sondern viel mehr Karapaz als das große Problem. Also, dass man dem da diese Zeit zurückgegeben hat, das, das wird sich noch rächen. Und ich denke auch, dass morgen die Movistar-Mannschaft mit einer Generalstabsmäßig angelegten Großoffensive versuchen wird, da den Flock noch tiefer einzuschlagen. Ja, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass Movistar irgendetwas geplant macht, da kriege ich, da, oh, ich habe Gänsehaut gerade, da kriege ich ein bisschen Angst. Kann durchaus sein, ne, und das von dir angesprochenen, Ja, aber wie gesagt, die machen ja bislang taktisch alles richtig bei diesem Giro. Genau, das, was man, die haben ja, die haben ja nicht nur, äh, Karapaz, ich glaube auch fest daran, dass man jetzt, äh, die Karte Landa noch spielen wird. Jaja, das, klar, Landa wird jetzt in den nächsten, äh, bei den nächsten Merketappen immer derjenige sein, der versuchen wird, in die Ausreißergruppe mitzukommen. Ne, und auch. Ja, und überleg mal, Landa, der hat, äh, schmerzliche Erinnerungen an den Mortiroler im Prinzip. Damals, äh, 2015 durfte er ja nicht fahren, musste auf A-Ruder warten und hat da im Prinzip den Giro verzockt gegen Contador. Ja. Jaja, also, äh, dass, dass die gerade in einer sehr komfortablen Situation sind, äh, bin ich völlig bei dir. Allerdings fehlt mir immer noch so ein bisschen der Glaube an das taktische Vermögen da, auch wenn sie bis jetzt alles richtig gemacht haben. Das heißt, oft genug hat man gedacht, dass, äh, Movistar gerade viel, richtig, vieles richtig macht und wurde hinterher eines Besseren belehrt, dass es doch mehr Zufall und Glück war. ganz ehrlich, wenn die Movies mit eine so taktisch einwandfreie Leistung bis zum Ende des Giros durchexerziert sind, super, würde mich freuen, ne, wenn Landa gewinnt, noch ein bisschen mehr als Carapaz, weil einfach Landa mit seiner Geschichte und alles, ne, oft genug Pech gehabt, Hut ab, also, wenn morgen Landa irgendwie, äh, auf einmal, wie auch immer, in eine Ausreißergruppe geht, die gut funktioniert und, äh, sich zwei, drei Minuten rauswehrt und dann am Ende Carapaz und Landa an diesem Samstag gegenseitig, ähm, gegenseitig die Kohlen zuwerfen und, äh, jeder abwechselnd attackiert und damit alle anderen unter Druck setzt und am Ende Landa am Samstag da mit vier Minuten Vorsprung auf Rockl steht und, äh, sich selber schon die erste Flasche, ähm, wie heißt das da nicht, äh, Spumante aufmachen kann, kann ich sehr gut mit leben. Nur, dass das gelingt, äh, bleibt mir irgendwie, äh, Zweifel dabei. Naja, aber ich glaube, da gibt's auch viele Alliierte, die da auf der Seite vom Ruvi-Star sind und da wird's, Wie meinst du zum Beispiel? Primoz Roglic alle Hände voll zu tun haben, das, äh, die Attacken zu kontrollieren und auch so. Wie meinst du? Entschuldigung. Ja, wir haben's vorhin schon gesagt, beispielsweise Simon Yates, der jetzt schon recht großen Rückstand hat im Klassement, aber ich glaube, der, der kommt jetzt wieder, also, der hat jetzt, hat jetzt sein Tal durchschritten und, ähm, der hat nichts mehr zu verlieren und, wie wir's schon gesagt haben, der könnte diesem Jahr den Flumen machen. Ja, also, wenn der morgen, äh, morgen an Landers Hinterrad hängt, würde mich nicht wundern, also, das meinte ich eben, ne, wann willst du anfangen? Junge, du hast fünf Minuten Rückstand und es gibt jetzt keinen Tag mehr, auf den du noch warten kannst, finde ich. Also, das wäre jetzt... und er hat auch, er hat ja auch dementsprechend, äh, starke Unterstützung. Die Mannschaft ist, nach der Movistar-Mannschaft, die, die stärkste Truppe, die haben. Ja, also, ähm, vor allen Dingen, äh, das Allerwichtigste, wie ich finde, das klingt alles nach sehr, sehr, sehr interessantem und sehr, sehr feinem und spannenden Radsport in der nächsten Woche. Das ist ja, was so mit einer der wichtigsten Messages ist, die man vielleicht auch aus dieser Folge heute rausziehen sollte. Ja, und für mich extrem spannend jetzt auch, wie, wer aus dem Ruhetag halt rauskommt. Also, bei Carapaz, der war im letzten Jahr Vierter und ist in der dritten Woche auch nicht groß eingegangen. Da ist so ein kleines Fragezeichen noch hinter, hinter, hinter seiner Erfahrung und er ist jetzt zum ersten Mal in der Position, ist noch recht jung, kann der das durchziehen? In Roglic, da ging jetzt die Tendenz immer ein bisschen nach unten und, na gut, bei Nibali weiß man, der hat nach dem, in der dritten Woche immer noch 20, 30 Watt mehr und, ja, das macht das Ganze sehr spannend. Und die Erfahrung und vor allem auch eine ganze Nation hinter sich stehen. Das muss man als Auchloch, finde ich, in die Waagschale werfen können. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Fantastisch. Also, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin gespannt, wie sehr mich hier, wie sehr mich Frankreich den Giro gucken lässt. Ich bin da verhalten. Wie sehr sie dich noch plagen. Bitte? Wie sehr sie dich noch plagen, die Franzosen. Ja, sagen wir so, wir haben ja das meiste vor der Sendung gesprochen. Es ist nicht, es ist eine einseitige Liebe hier. Ja, vor allem muss ich mal gucken, wie gesagt, wir hatten das ja, hier jetzt mal so eine Dayflat gebucht. Gucken wir euch mir da noch mal ein, zwei von CIR für die kommenden Tage. Das vielleicht auch schon vorab, das werden wir gleich vielleicht noch kurz besprechen. Also, wir wissen noch nicht genau, wann wir die nächste Sendung aufnehmen können. Vielleicht müsst ihr euch länger gedulden, als ihr möchtet. Vielleicht kommt es auch früher als gedacht. Das weiß man alles noch nicht so genau. Aber vor allen Dingen, haben wir noch, auch nach fast zwei Stunden Sendung, haben wir sogar noch zwei Kurzmeldungen, die wir unterbringen möchten. Weil, wir möchten euch ja nicht uninformiert lassen. Nö, also, zwei kleine Sachen vielleicht noch. Es kursiert das Gerücht, dass Bora Hansgrohe gerne Elia Viviani verpflichten möchte. Wie wahrscheinlich hältst du das? Also ich, als ich die, die Meldung gelesen habe, musste ich erstmal mit den Ohren schlackern. Ja. Weil das für mich sowas ist, was jetzt überhaupt gar nicht ins Konzept passen würde. Weil, die haben halt, äh, mit Peter Sagan, mit, äh, Pascal Ackermann und Sam Bennett, drei super Sprinter. Jetzt noch einen vierten dazu zu holen. Gut, Sam Bennett wird, denke ich mal, das Team am Ende der Saison, ähm, verlassen. Also, der wird dann mit den, mit Katjuscha beispielsweise auch schon in Verbindung gebracht. Um, hat man zwar einen weniger, aber trotzdem, Viviani, der hat auch den Anspruch, eine Grand Tour zumindest zu bestreiten und, ähm, bin sowieso gespannt, dann im nächsten Jahr, Pascal Ackermann möchte sicherlich dann auch gerne bei der Tour de France fahren, aber, wenn du halt Peter Sagan im Team hast, hm, wird schwierig. Ja, also, glaube ich auch nicht. Also, halte ich für wirklich, also das, ich finde, das passt noch so gar nicht in die Philosophie, sich da jetzt so zusätzlich, wenn man gerade so ein wirklich, wirklich, wirklich gutes, deutsches Talent hat und so, ähm, dann noch. Zumal ja auch Viviani mit Sicherheit ein bisschen Geld haben will. Ja, also für, äh, für Luft und Ebenfälle wird er da nicht fahren. Nee, also für, für so ein paar Wasserhähne kriegst du Viviani nicht. Da, glaube ich, da musst du schon eine Dusche drauflegen und, äh, vielleicht noch so eine Herd. Also, einmal Vollausstattung. Aber wobei, wobei ich es gerade sehe, das Schöne an der, an dieser, äh, Überfrachtung von Sprintern bei Bora Hansgrohe ist ja, dass, äh, Sam Bennett bei Rundum Köln starten wird. Ja, das habe ich auch gelesen. Äh, das ist, glaube ich, wann ist das, da bin ich, glaube ich, gar nicht da. Das ist am... Malten Juni. Ja, also quasi das kommende Wochenende und da bin ich gar nicht vor Ort. Also da bin ich hier, da treibe ich mich immer noch, äh, was ist das, der Sonntag, glaube ich, ne, Sonntag, 2. Juni. Da bin ich gerade in Spanien dann, also, äh, immer noch hier unterwegs. Äh, schade. Vor allen Dingen habe ich die Tage gelesen, dass, äh, für dich jetzt weniger interessant und auch eigentlich eher ein Thema für den Wedel und Snack, äh, Rafa, eine meiner, muss man schon sagen, äh, gern getragenen, äh, Fahrradbekleider. Die haben ja nur einen Store in Deutschland und der ist in Berlin. Äh, sind ansonsten nur sehr schwer zu bekommen in Geschäften, beziehungsweise gar nicht und die machen dann manchmal gerne bei so Veranstaltungen und so weiter so einen Pop-Up-Store, ne, die machen dann halt so einen Store für begrenzte Zeit und den werden die in Köln haben, 1. und 2. Juni. Während ich wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich schon Geld von mir eingeplant gehabt haben, aber ich bin nicht da. Das, äh, hätte mir auch der, äh, die guten Menschen von Rafa mal vorher sagen können, hätte ich meinen Urlaub anders geplant. Aber so, äh, ja, sorry, bleibe ich euch den Umsatz schuldig. Ähm, genau, Sam Bennett ist ja auch Titelverteidiger bei Rundum Köln und, äh, insofern, ja, das, äh, ich hoffe, der Sam Bennett war ja immer sehr, äh, auch zu uns auch immer freundlich. Vielleicht wird der so ein bisschen der Alexander Christoph von Köln, also was Alexander Christoph für Frankfurt ist, ist Sam Bennett für Köln. Das wäre schön. Und wenn er mit Kartusche Alpezin vielleicht auch in Verbindung gebracht wird als, äh, Team mit durchaus deutschem, wie soll man sagen, äh, ja, Schweizer Team mit deutschen Einflüssen, sag ich mal, dann wäre es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass er da öfter starten würde dann, wenn er nächstes Jahr dann auch da wäre. Äh, ja, also, äh, um zurückzukommen, den Bogen zurückzuspannen, Viviani bei Hansgrohe, das glaube ich nicht. Irgendwie möchte ich das nicht glauben. Also nicht im Sinne von... Glaube ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass der dann im nächsten Jahr noch bei Lefebvre fährt, weil der immer so ein bisschen Probleme hat. Der hat zu viele gute Fahrer, die irgendwann zu viel Geld wollen und er das nicht mehr bezahlen kann. Ja, Luxusproblem, also zu viele gute Fahrer als Problem darzustellen, ist natürlich auch schwierig, ne, aber von der Idee her... Er schafft ja auch immer wieder welche in seine Farmteams zu holen, die dann diese Lücken füllen. Das ist ja das Gute. Ja, also, ob das, ob das immer alles gut ist, was da passiert, möchte ich jetzt auch über Fragezeichen versehen sehen. Aber zumindest beschreibst du es ganz gut. Während du die nächste Kurzmeldung und damit letzte Kurzmeldung vorliest, muss ich mir hier nochmal, mich mal muten und die Nase putzen vielleicht. Eine Sekunde bitte. Du kannst schon mal anfangen, wenn du möchtest. Ja, also, die Mannschaft Manzana-Bostobon, dieses kolumbianische Zweitkategorie-Team wird sich leider auflösen. Ja, galt so ein bisschen als Talentschmiede für kolumbianische Fahrer, die da heraus hervorgegangen sind, beispielsweise Juan Sebastian Molano, der jetzt aber auch vom Team rausgenommen wurde beim Giro und genau das war jetzt auch der Grund, weshalb sich da dieses Team aufgelöst hat, dass da zu viele Auffälligkeiten bei Fahrer festgestellt wurden und da hatte jetzt scheinbar dieser Getränkehersteller keine Lust mehr, dieses Team weiter zu sponsern. Nachvollziehbar, wie ich finde. Absolut. Und so leid es mir immer tut für die Mitarbeiter außenrum und mit allen, die damit zu tun haben, die nichts dafür können, umso 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 guter finde ich, sag ich schon, umso besser finde ich, dass halt ja, wie soll man sagen, also dass die einfach aus dem Verkehr gezogen werden, die es verursachen. Also scheiß für alle Betreuer, scheiß für alle, die im Stab dahinter stehen und so weiter, das muss man nicht sagen. Ja, aber gut, da habe ich dieses Erfrischungsgetränk jetzt immer noch nicht probiert. Sehe gerade auch noch bei der Eurosport, wo wir diese Meldung gelesen haben, Verwicklung des slowenischen Radsports in die Ermittlungen zur Operation Adalas, werden immer offensichtlicher. Naja, das ist auch was, womit jetzt Roklic wahrscheinlich so ein bisschen zu kämpfen hat, beziehungsweise ihm. Klar, aber da muss man aber nur aufgrund seiner Nation dann darauf zu kommen, dass er da auch involviert ist. Das ist ja auch. Das heißt, so ein bisschen immer mitgefangen, mitgehangen. Also der hat ja auch damals dann recht früh da den Absprung oder die Biege gemacht, von daher mit Vorsicht zu genießen. Ja, das glaube ich auch. Das wäre wie wenn, keine Ahnung, wie wenn man Jascha Sütterlin jetzt den Vorwurf machen würde, dass das T-Mobile-Team irgendwann mal gedopt hat. Oder du sagen würdest, John Degenkolb und Marcel Kittel haben irgendwas mit dem Erfurter Arzt zu tun. Ja, ja, So, weil sie daherkommen. Ja, das stimmt wohl. Ja, also, in erster Linie möchte ich mich jetzt heute mal bedanken bei der Deutschen Telekom, die ermöglicht hat, dass wir hier über ihren Netz und ihren Roaming-Partner das so schön hingebekommen haben. Hurra, hepe purra. Hätte ich vorher auch nicht so viel Geld drauf gewettet, dass das alles so einwandfrei klappt, oder? Niemals. Niemals, hast du gesagt? Ja. Ja, aber umso besser, umso schöner. Thomas, danke für die vielen Einblicke und mich abzudaten und mein so ein bisschen angelesenes und in Zusammenfassungen angeschautes Wissen über den Giro jetzt wieder zu vertiefen. Ich hoffe, das ist bei den meisten unserer Hörer auch da gelungen. Und, ähm, ja, wie immer möchte ich mich bedanken bei allen, die über unseren Amazon-Link bestellt haben, die uns was gespendet haben, die uns, äh, via Patreon unterstützt haben und, 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 Da ist, wie gesagt, so Geschichten, dass wir jetzt heute diese, diese Dayflat gebucht haben, das ist jetzt nicht viel Geld, aber, ähm, ich glaube, was uns alle da eint, äh, ist sozusagen die Dankbarkeit, dass wir das, äh, klar hätte ich das jetzt auch aus eigener Kasse zahlen können, hätte ich sonst auch gemacht, aber ich finde das auch so eine Wertschätzung dessen, dass wir hier machen, dass, äh, das sozusagen von den Spenden übernommen werden kann, ähm, und, äh, ich meine Frau nicht noch erklären muss, dass ich dafür auch nochmal Geld ausgebe, wenn ich nämlich schon den Abend nicht da bin, ähm, das ist super und wir können diese Karte ja jetzt auch verwenden, wenn der Thomas mal unterwegs ist oder, da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, das noch weiter zu nutzen. Vielen Dank für die, alle die Hörer, die gesagt haben, hier versucht das, das Ganze machen, das Ganze machen, oder das Ganze machen, ähm, auch dafür für die Unterstützung sozusagen ideeller Art oder, oder unterstützende Art, äh, danke, ja, und, äh, wir gucken dann mal, wann wir uns wieder sprechen und wie wir diesen Giro dann beenden werden, ob wir es vielleicht erst nach dem Giro machen können oder zwischendurch nochmal oder wie, 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 ähm, ich glaube, wir sind einer Meinung, es wird noch spannend. Definitiv dranbleiben. Ja, und, äh, jetzt, äh, ausschalten. Tschüss. Tschüss.